Einen wunderschönen Freitagabend und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ja, der Stream war ja etwas durcheinander, sag ich mal, was die Planung angeht, war ja lange Zeit nicht sicher, was genau kommt. Jetzt wissen wir es aber, wir machen heute weiter mit Final Fantasy Crystal Chronicles und werden dort versuchen, die Aftergame-Dungeons abzuschließen, soweit wir eben kommen werden. Gucken wir mal. Und ja, das kann ich natürlich nicht alleine machen. Das ist natürlich eine Herausforderung für die ganze Angeltruppe zusammen. Und deswegen würde ich sagen, versammeln wir die gut mal. Zumindest so ziehe ich vorerst. Olli braucht noch ein paar Minütchen, ist dann aber auch gleich da. Ja, ich hoffe, ihr habt soweit eine gute Woche, heute noch einen guten Freitag gehabt und könnt euch jetzt aufs Wochenende freuen. Und ja, hier vielleicht noch ein bisschen Spaß haben. Gucken wir mal. Mal sehen, wie viel Spaß das Ganze bedeuten wird heute. Denn teilweise war es das letzte Mal ja doch ein bisschen anstrengend. Mal gucken. Auf jeden Fall noch schnell. Guten Abend, Karuga. Guten Abend, Diaketa. Guten Abend, Kenfun. Guten Abend, AHAE. Und guten Abend, Phoenix. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt klingeln wir die Guten mal an. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und guten Abend, Elding. Mach ich nochmal ein bisschen leiser. Metroid Queen ist ein bisschen laut. Und hat die so an sich, habe ich gehört. Palim, Palim. Tja, und ihr so? Ja. Guten Abend. Ja. Hallo. Ich habe gehört, du magst das Palim? Natürlich. Das ist mein liebster Moment im ganzen Stream. Ich bin hier gerade noch hingehechtet. Es ist unglaublich. Ich habe relativ lang gearbeitet heute. Und dann hat, wo ich gegen Ende war, hat mir ein Kumpel geschrieben, irgendwie, er schmeißt das Studium hin, er kommt in Mathe nicht mehr weiter. Und jetzt habe ich ihm versucht, ein bisschen was zu erklären bis jetzt. Und dann ist ein anderer Kumpel dazugekommen, der ihm dann geholfen hat. Und dann habe ich in der Zeit nochmal Turbola Rasa drei Aufgaben gerechnet und denen die Lösung geschickt. Und jetzt bin ich eigentlich am Arsch. Aber mal sehen, was heute noch von mir aufzukratzen ist. Ja, okay. Das ist natürlich schon heftig. Uro. Naja, dann gucken wir mal. Also Mathe-Aufgaben werden wir auf jeden Fall heute keine haben. Ja, schauen wir mal. Vielleicht füllen die ja jetzt in Final Fantasy irgendwie so ein tolles Rechnungssystem ein, wo man irgendwelche Buffs kriegt und so und shit. So wie beim Monster Hunter. Oh Gott. Wenn drei Goblins in den Goblinwall laufen und nur zwei wieder rauskommen, wie viele Goblins sind in einem Goblinwall geblieben? Wahnsinn. Ja, das Problem war, vorher waren halt schon eine Million drin, ne? Ja, deswegen. Tja, das sind die Variablen, mit denen du natürlich jetzt hantieren musst, ne? Ja. Oh je. So zieht die Mathe so weit. Der Mathe ist mein Kumpel, der hat halt das Abi nicht gemacht und dann fällt es dir halt super schwierig im Studium irgendwie Mathe mitzumachen. Das glaube ich sofort. Dir fehlen halt einfach zwei elementare Schuljahre, in denen du, ja, stur gerechnet hast. Mhm, mhm, mit denen du mit Mathe zugeballert wurdest, ja. Ja, das würde ich so nicht mal sagen. Ich meine, effektiv lernt man tatsächlich relativ wenig in Mathe in der Oberstufe, aber du rechnest einfach extrem viel. Ja, gut, okay, ja. Und das hilft halt. Ja, stimmt. Du hast halt eben viel... Das ist halt so ein bisschen Sklavenarbeit, aber... Ja, ist schon richtig. Ja, auf jeden Fall Respekt an ihm, dass er sich dann so durchbeißt, ne? Aber man kann es auch nachvollziehen, dass er irgendwann einfach keinen Bock mehr hat und theoretisch hinschmeißen will oder wollte. Ja, das ist so. Weil irgendwann kommst du halt auch einfach nicht weiter, ne? Ja, das stimmt. Ich meine, das Gute ist, es ist bei ihm nicht ganz Uni-Matte, weil er an der Fachhochschule ist. Das heißt, die machen schon mehr Rechnen, aber halt dann das heftige Rechnen und das... Okay. Abfuck. Hallo. Guten Abend. Hallo. Ich muss Olli mal ein bisschen leiser machen. Ich muss dich mal ein bisschen leiser machen. Selber laut. Und Olli, was für einen hellen Tat hast du heute vollbracht? Ähm... Ich hab gekräutert und 13.000 Gold verdient. Wow. Okay. Das klingt gut. Ja. Mit deinem Kräuter Gärtchen. Ja, ja. Das geht schon. Ja. Der pflanzt aber keine legalen Sachen da an, merke ich also. Nee. Das sind besondere Pflänzchen. Natürlich. Alles, was Gold bringt. Freunde, ist immer noch Kurzarbeit, ist immer noch WoW, ist immer noch, ja, so. Mehr geht halt gerade nicht, aber... Ja, klar. Muss man sich das dann vorstellen, du sitzt dann irgendwie vorm Rechner, zockst die ganze Zeit, musst du ab und zu mal auf die E-Mails gucken, ob dir Leute sagen, ja, du musst jetzt mal kommen oder so. Ja, so ungefähr. Okay. Lach du nur. Scheiße. Ja, ist schon ätzend, ne. Ja, auf Abruf ist halt immer doof, ne, das ist halt nicht so völlig frei. Ja, ich meine, passiert praktisch gerade nicht, weil einfach jetzt, ja, weiß nicht, Leute, nee. Ja, jetzt ist ja vor allem... Wenn du es gerade auch nicht so in rausgehe und Geld ausgeheblau, ne, ist halt so. Mhm. Ja. Das ist gerade generell schwierig, für alle ja dann, ne. Für was halt auch, ne. Ja, eben. Also, die haben da so ein Take-Away-Menü bei mir und fürs Wochenende, ja, holen sie lecker essen, aber man hockst halt trotzdem wieder zu Hause, ne, und du denkst dir, ja, willst ich nicht lieber bahnen und wenn wieder alles aufmacht, dann gehst du erst essen, weiß nicht. Mhm. Das denken wahrscheinlich viele. Ich schätze mal, ja. Ähm, deswegen... Und viele denken... Nö, aber hey, nö. Shadowlands macht immer noch Spaß. Ich bin, glaub, noch nie so stark in WoW an sich dabei gewesen, sodass ich von einem möglichen Gearscore von 205 oder irgendwas, also praktisch Itemstufe, der grobe Durchschnitt aller deiner Teile, die du anhast. Und seit gestern hat mein Schamane 193, also ich sag mal, sehr viel besser geht gar nicht mehr. Ja. Krass. Nur rein allein vom Score her, dann, ach, Geiz angeschaut, jetzt hab ich dann gestern einen schönen Raid-Run gehabt, also das ist auch mal ganz schön, sowas mal mit zu pionieren, wie funktioniert denn das hier am besten. Mhm. Und, äh, ja, dann halt auch zu sehen, okay, es gibt ja x Klassen mit drei Spezifikationen, viele, die halt nur Schaden machen, und dann hast du halt dann Daten von Leuten, die jetzt die ersten Raids halt gekleert haben, und wo steht denn der Schamane? A, Platz 8 von 24, okay, hört sich ja gar nicht schlecht an, aber dann plötzlich merkst du so, ja, scheiße, jetzt spielen die Leute natürlich aber auch nur die Top 5. Weil die haben ja 10.000 Trinks und du nicht, ja, klar, und dann hockst du halt bei 14 Damage die dann im Raid halt doch bei Platz 11, allerhöchsten, und, äh, gestern hat es halt auch ein Kumpel von mir erwischt, dann hieß es, nee, sorry, man, du hast jetzt bei 5 Bossen ein Fehler gemacht, und du bist beim Matchmeeter leider unter den, unter den Top 10, deswegen können wir dich nicht weiter mitnehmen, tschüss. Boah. Und dann so, ja, scheiße halt, ne, weil du jetzt grad mal die falsche Klasse hast. Das ist hart. Ja, aber mein Gott, so, ich, es macht für mich auch Sinn. Sehen dich die Klassen dann auch? Ich dachte, jede Klasse hat irgendwie was für sich. Ja, so, du hast halt praktisch halt wegen Druide, und Druide kann halt sagen, er heilt, er kann sich damit zum Bär verwandeln, oder du entscheidest dich dafür, ein Panther zu sein, oder so eine komische laufende Rieseneule, und gerade diese Rieseneulen, die Moonkins, äh, die sind grad top, also, ich glaub, zwei, zweit hat irgendwas, und dann gibt's beim, äh, beim Death Knight irgendwie auch die Möglichkeit, dass du tanken kannst, oder eben auch zwei verschiedene Spezifikationen, die sich einfach anders spielen, aber eben auch verschieden Damage machen, je nachdem, worauf Blizzard gerade so Lust hat. Und da ist grad das Beispiel Unholy, äh, Death Knight Platz 1. Und, ja, die siehst du dann halt auch am meisten. Und dagegen zu performen, also, ja. Wenn du dann noch nicht mal die, ähm, dann noch nicht mal die Tactics so richtig kennst, ist halt ein bisschen schwierig, ja. Aber hey, das macht's dann, das motiviert dann einfach noch mehr irgendwie, ich weiß nicht. Gibt ja auch tausend Sachen, die du nebenbei machen kannst, und, ja. Ja, jetzt kann ich mir so viel über WoW reden, ey, ich rede den ganzen Tag darüber. Es hat sich aber irgendwie mittlerweile so eingebürgert, ne? Ja, aber was willst du denn aber auch machen? Leute kommen her und sagen, Oli, willst du mal einen Kaffee trinken, oder irgendwas, und so, ey, was soll ich dir denn erzählen? Ja, es gibt halt, ich kann grad nix machen. Ja, ja, klar, klar. Deswegen sehr viel zu erzählen gibt's ja dann nicht. Ja, das ist, äh, das Problem der Partei. Ja, ist halt so, ja. Und, was geht bei dir? Jo. Oh, gut, ne? Ja, same. Ja, ich mein, ich hab zum Glück ja noch ein Mädchen kennengelernt, mit dem ich mich regelmäßig treffe, und selbst der erzähle ich schon Sachen. Du, pass auf, da war da so, da war so ein Raid, pass auf, und dann stelle ich da irgendwelche Weltkürzchen hin, und nachher ungefähr, wie der Raid aufgebaut ist. Und dann erklärt, also, kein Scheiß, die findet das sogar gut, wie ich's halt erzähle, dann irgendwie dann doch irgendwie spannend, denk ich mal. Hoff ich mal. Hoff ich mal, dass ich da nicht mehr selbst rede die ganze Zeit, aber, äh, ja, nee. So, ja, das ist halt die Schwierigkeit, und von 40 Leuten müssen es halt mal zweimal kurz mal am Telefon sein, oder sonst irgendwas nebenbei machen, und dann war's das halt. Hm, na ja, klar. Und das ist, ja, versteh ich schon, dass man dann mal sagt, irgendwann so, ey, Freunde, entweder wir konzentrieren uns jetzt, oder wir lassen's. Ja, das ist halt so die Frage, ne, wenn du, wenn du dann so ein Raid reingehst, wenn du da wirklich mitmachst, und dann so, oh ja, gut, jetzt telefonier ich halt mal. Ja, das ist halt komisch, weil halt 39 Leute dann sagen, ey, Alter. Ja. Nein. Ja, äh, Crystal Chronicles, wie sieht's denn aus, was mach mal. Die gute Crystal ist wieder da. Die Crystal Chronicles. Ich hab jetzt geschafft, nach 10 Minuten, A, meine tief entladene Konsole aufzuladen, B, noch ein System-Update runterzuladen, und C, ein Spiel-Update runterzuladen, jetzt mittlerweile. Das Spiel-Update hab ich aber auch gesehen, ne? 1.33, glaub ich. Krasser neuer Content. Jetzt wird alles neu. Alles geil. Die Dungeon-Schwierigkeiten gehen jetzt bis 7. Ja. Mit völlig neuem Content. Totenstadt 7, Leute. Nein, Leute. Oh Gott. Das Spiel-Update. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann müssen wir hin. Die ersten 6 sind alle völlig gleich, aber der 7. Leute, da belohnt sich. Aber richtig. Um euch nochmal ne Chance zu geben, übrigens, dann hör ich mit W.O.W. aber auch auf. Also ich mach jetzt n, ich mach mir jetzt n Twink, nen Unholy Decay, weil ich nämlich mal Bock hab, irgendwie auch mal mit irgendeinem Schaden machen zu können. Und deswegen, also wenn ihr, ich mach, ich fang nochmal an, ja? Ja. Fang nochmal an. Also ich bin für neue Pilgerer durchaus offen. Ja. Ich erklär euch alles. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Die Kirche von W.O.W. heißt jeden Willkommen. Ja, richtig. Komm zu dem Unholy Death Knight. Ich seh sehr vertrauenserregend aus und sehr freundlich. Weißt du, wenn du schon an W.O.W. Nachdem der Normale natürlich hinterher heißt, heißt er jetzt Frankner. Frankner ist auch gut. Ja, ich hab so, ich bin so zwischen den Namen gehangen, wusste ich, Frankner, Tankner, Rentner, weiß nicht. Klankner. Klankner, kann man auch machen. Klankner. Dann wurde es da Frankner. Also, schon ein richtiger frankter Typ. Starker Name. Ja. Frankner. Krasser Kerl. Also, wenn ihr euch anschließen wollt, bitteschön. Ich muss leider immer noch passen. Es wäre immer noch ein zu großes Loch. Und ich hab zu wenig Zeit. Davon kannst du rausgehen, ja? Kannst davon rausgehen. Guck mich an. Ich überleg's mir nochmal. Ich mach einfach mit und am April schreib ich meine Arbeit ab von meinem Essay Writer und dann passt das. Copy. Essay für Dummies reingucken. Es gibt doch dieses Tool irgendwie, was von selbst Essays schreibt im Internet. Ist das schon mal genutzt? Kann ich mir sogar vorstellen. Nein. Das ist ziemlich lustig eigentlich. Du gibst ein Thema ein und dann schnappt das sich irgendwie eine Mischung aus Wikipedia-Texten und irgendwas anderem und du tippst einfach wild in die Tastatur und wenn dir jemand über die Schulter guckt, sieht es halt so aus, als würdest du ein Essay schreiben und es kommt halt irgendwas bei raus. Und du machst da Pause. Ey, ich meine natürlich. Ach so, haben die ganzen Politiker ihre Arbeiten geschrieben. Jetzt verstehe ich das. Ich fürchte, nur bei meinem Thema gibt es da nicht besonders viel, was dazu auftauchen wird. Schlechtes Thema gewählt, so hat sie. Ja, offensichtlich. lieber so ein bisschen was Angewandtes nehmen, ne? Ach, sehr gut. So, um mal ein kleines bisschen auf das Spiel und auf das Thema zu kommen. Wir haben heute Freitag. Das heißt, dass wir heute alle Spezial-Dungeons freigeschalten haben und diesmal wild durch die Gegend wandern können und die ganzen Dinge mal mehr oder weniger frei abschließen können. Totenstadt. Würdest du das wollen? Totenstadt wäre, glaube ich, sogar heute wichtig. Also, wir sollten heute definitiv zwei Dungeons abschließen, die halt eben bloß Freitag bis Sonntag da sind. Ansonsten wäre es blöd. Das wären einmal die Ruinen, also die Totenstadt und einmal der Goblin Ball. Jawohl. Meine zwei Liebsten sind das, ey. Wir müssen sie aber natürlich nicht genau jetzt abschließen. Das wäre halt nur sinnvoll, weil ansonsten müssen wir uns halt nochmal Freitag oder Sonntag treffen. Deswegen, das wäre mal interessant. Ansonsten haben wir zehn weitere Dungeons oder insgesamt haben wir noch zehn Dungeons. Wenn wir da heute ein paar abschließen, vielleicht sogar alle, dann wäre das natürlich eine gute Sache. Guck mal. Ich habe mir gerade einen Red Bull aufgemacht, weil ich habe das Gefühl, das wird eine lange Nacht, Leute. Uh, ja. Kommt drauf an, wie gut wir sind. Ja, aber ich finde, wenn du das, kannst du das nicht so machen, kannst du dir sagen, ja, wenn ihr wollt, dann können wir das jetzt mal. Jetzt nimm doch mal den Befehlshaberstock in die Hand. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Wir machen den Goblin Ball. Hopp. Ich so zimperlich, meine Güte. Meine Güte, in eurem Alter habe ich schon. So ein schöner Offizier, der einfach sagt, hopp. Jetzt mach doch mal. Bitte. Das ist, wenn ihr euch jetzt nicht sputet, dann machen wir gleich nochmal den Endboss, hä? Jawohl. Aber auf Stufe 3, bitte. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Den kannte ich auch noch nicht. Oh Gott. Von euch hat nie jemand gedient, oder? Nein. Nö, ich hab mein Bestes gegeben, mich untauglich zu melden. Sehr gut. Ich war der erste Jahrgang, der sich nicht mehr untauglich hat. Ich war der Letzte, der hätte müssen. Aber ich war auch, ich bin auch nicht mehr drunter gefallen. Und bin ich nicht ein Jahr älter, aber vielleicht zählt das noch denselben Jahrgang. Ja, vielleicht. Ich weiß Gott gar nicht. Ich bin 93 geboren, ich dachte, du bist 94 geboren. Mai 94, du bist... März 93. Okay. Aber vielleicht hat es dann, vielleicht war ich dann schon der, der nahezu zweite Jahrgang, oder der zweite Jahrgang. Ja, kann gut sein. Ich meine, das ist auch so ein bisschen fließend gewesen, ne? Die Sache ist, du wirst ja eh direkt nach dem Abi eingezogen. Das ist ja... Meistens waren die ja da noch ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht war das auch erst ein Jahr, nachdem ich dann beendet hatte. Keine Ahnung. Vielleicht auch das. Keine Ahnung. Oder hast du sogar G8? Ne, ne, ne. Okay. Weil das wird's auch erklärt. Eigentlich wieder bis 11. Oder länger. Wir können heute länger. Ah, ah ja. Ja, schauen wir mal. Ich muss auf jeden Fall äh, also spätestens ein Zwölf weg. Okay. Um deiner Freundin von irgendwelchen Raids zu sehen. Ja, genau. Na dann, knallen wir mal, würde ich sagen, ne? Ja, knallen wir mal eine Runde, ne, Olli? So, ähm... Unmöglich. Ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht mit einem Vierer-Dungeon an. Äh, also Schwierigkeit 4. Es gibt ja Schwierigkeit 4, 5 und 6 jetzt mittlerweile äh, bei den Sachen. Und ein Vierer-Dungeon wäre vielleicht mal gar nicht verkehrt, weil wir erinnern uns doch das letzte Mal an, äh, den Vulkan. Der war schon fies. Ja. Und wenn ich den Goblinwall sehe, der hier gerade eben mit, äh, warte mal. 6, 7? Der ist 7. 7? Oh mein Gott. Hä, aber ich dachte, es geht bloß von 4 bis 6. Tja. Nein, jetzt nicht mehr. Das war ein Topfeld. Das war ein Topfeld. Ja, gut. Das ist ja auch der Goblin-Festival. Das wird, das wird wehtun. Ich würde mal sagen, wir machen mal den Giftpilzwald und werden da vielleicht schon unsere Freude haben. Wie ist das denn auf Englisch? Da kann man ein Wortwitz nicht bringen. Ähm, achso, der englische Name. Ich glaube, das ist aber bloß, äh, lass mal kurz gucken. Goblin-Festival. Äh, Goblin-Festival. Also da fällt der, der Wall-Joke halt eben weg. Aber ich weiß gar nicht, wie, äh, wie der Name auf Englisch heißt. Keine Ahnung. Uh. Die machen Crystal Chronicles doch zum Endlos-Projekt. Na, ich hoffe nicht. So, ich habe aufgemacht. Ich habe euch eingeladen. Sieht schick aus hier. Schön fies. Das schreit nach Sanitas, würde ich sagen. Ja. Ich meine, in einem Giftpilzwald wird es wahrscheinlich nicht etwas viel Gift geben. Gucken wir mal. Mal. Ich werde hier übrigens ignoriert. Hier wird alles übelst ignoriert. Wenn drei Leute gleichzeitig talken, dann kann ich nicht jeden einzelnen Kommentar aus dem Dings vorlesen. Das ist, wenn du der Einzige warst, der ignoriert wurde, das, 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 ist jetzt schon ein bisschen selbstsüchtig, oder? Wenn ich gerade eben nichts, oder den kompletten Chat nicht vorgelesen habe, und du sagst, du wirst übelst ignoriert. Nee, der Chat wird einfach übelst ignoriert, weil es schwierig ist, wenn jeder von seiner Lebensgeschichte erzählt, dann halt auch in den Chat aktiv zu lesen. Natürlich, schön, dass du dabei bist, Noctis. Schön, dass du mal wieder zurückgekehrt bist. Willkommen, willkommen. Wie gesagt, das ist Blödsinn, dass du übelst ignoriert wirst. Hey Engel. Hey Vita. Kein Sanitas. Natürlich nicht. Sanitas ist ausverkauft. Sanitas gibt es nur vorm Endbossen, davor muss man leiden. Kommt ihr da hoch? Ne, das ist ja bloß so eine Plattform, die runter geht. Sieht übrigens sehr viel sehr, sehr schön aus hier gerade. Auf jeden Fall. Rote Echsenboys. Okay. Sie mögen Feuer, schätzungsweise? Lumanda. Lass das Feuer nicht ausgehen. Ja. Da ist mir Vita. Also Engel werde ich jetzt nicht nehmen dann. Oh, hallo. Es kommt da nicht runter. Der hat umgelaufen, ne? Irgendwie schon. Sollen wir da jetzt alle drauf? Dann mach mal. Er ist mein rechter Controller-Spaktum. Okay. Ich nehme meine Füße da irgendwie davor. Ja, es kommt wieder da runter. Du spielst mit den Eins. Ach ja, stimmt. Klar, du spielst mit den Eins. Ich bin der Einzige, der Handheld spielt hier. Ja. Wollen wir jetzt hier hoch? Ich dachte, ach nee, es geht einfach bloß, es geht einfach bloß runter. Es ist gar keine so eine Klapp-Plattform. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Komisch. Bei mir im Handheld würde ich... Ich habe die Füße auf dem Tisch, ich habe direkt vor der Switch. Anscheinend hat das das Signal gestört. Mal keinen Scheiß. Du mit deinen Hobbit-Füßen. Deine Füße! Du hast deine Füße gestehen, ne? Kann das sein, dass ihr alles Bling-Bling macht? Oder kommt mir... Nö, ich habe bisher noch keinen Bling-Bling gehört. Okay. Ich sehe da nur gerade jemand rumfackeln. Also, ich muss hier definitiv mal ein bisschen sortieren. Einen Moment. Halt. Ihr kriegt das hin. Easy. Oh, kriegt er tatsächlich. Das war ja nur eine... Bei der M-Plus-Dunge würde ich dich so was dann rauskicken. Entschuldigung, dass ich mal kurz meine Zauber sortieren muss. Jetzt kann man davor machen. Ich will dich mal sehen, wie du in WoW einfach im Raid neue Zauber bekommst und das dann davor sortierst. Das wird nie passieren, aber ja, war schwierig. Ja, siehste. Fleisch. Oh ja. Ist ja wie auf die Musik so wichtig. Bisschen abgeändert, ne? Ja, das... Ich glaube, das ist hier und da. So ganz, ganz leicht, ne? Uh. Ja, so als ob da irgendwie noch so ein Flötenspieler im Kanon mitspielt. So im Hintergrund. Der kam so dazu. Hier gibt es echt viel neuen Shit, oder? Kommt mir das denn so vor? Der Dungeon war schon immer konfus. Ich glaube, wir gehen mehr oder weniger den selben Weg, aber vielleicht doch. Ja, bis jetzt ist alles da ich eigentlich. Bisschen anderen... Bisschen anderen Bereichen. Da unten die beiden Thünen kommen das auch unbekannt vor, aber... War es nicht vielleicht einfach bloß ein Weg, den wir nicht zurückgehen konnten? Also, wo es halt so ein Filz war, der hochgeklappt ist? Hier war normalerweise so ein fliegendes Auge an der Stelle. Also, ich kenne den Weg ja noch. Ja, jetzt sollten wir wieder anfangen. Ne, wir sind ein bisschen über am Anfang. Oh, weh. Wer ist ein bisschen über am Anfang? Glaube, aber das Erteil, der jetzt neu ist. Ähm... Kenntet ihr die Stelle von Gandalf, vom ersten Teil vom Herr der Wingel? An diese Stelle kann ich mich nicht erinnern. Da gab es so viele schöne Memes zu. Ja, glaube ich. Oh, wie hieß bei Dark Souls nochmal diese eine Stadt? Die eine... Alphitaria? Nee. Alphitaria war hier. Ähm... Dark Souls, die eine Stadt? Scheiße, die Totenstadt. Diese ganz große Stadt, wo auch diese zwei... Ähm... dieser Doppelboss ist. Dicke und der... Anolondo? Meinst du? Du meinst Onsen und Smaug. Und die Stadt hieß Anolondo. Setz dich mal. So, wie heißt die Stadt? Anolondo. Anolondo. Anolondo, genau. Ah, stimmt, da gab es auch noch diesen Bibel, den ich da uns geschickt habe. Go there. Go to Anolondo, wer ist der? It will be fun, der ist. It will be fun, der ist. Ja. Rechts, glaube ich. Das war es wohl auch. Ich denke immer weiter nach rechts. Bis wir nicht mehr... Ähm... Wer ist er denn? Oh, Gott! Der macht bestimmt keinen Giftschaden. Nein! Der ist das kein Gegner. Das macht die Sache ganz interessant. Oh, weck da! Hä? Der hat gar nichts... Oh, what? Oh, Gott! Er hat unsere Pikmin übernommen. Nein! Hä? Falscher Pilz? Falscher Pilz-Boss. Aber was haben wir für ein Debuff? Also, was ist das für ein Buff? Wir machen nichts anderes. Ihr seid vergiftet gerade. Ich weiß nicht, woher, aber... Na, aber ich nicht. Ich habe immer nur das... ...drehen überm Kopf. Hm. Steuerung wird gleich invertiert. Auf irgendwie sowas warte ich eigentlich, aber es kommt halt nichts. Olli hat den Debuff noch. Vielleicht nur Schaden rein? Den ich jetzt kriege? Irgendwie sowas. Ja. Hau mich mal. Nee. Verletze mich. Wenn du, du bekommst mehr Schaden, du machst vielleicht weniger Schaden. Irgendwie sowas. Oder vielleicht ist Gift jetzt auf dich anfälliger? Vielleicht macht Gift dir jetzt mehr Schaden? Keine... Boah. Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Oh! Okay, das ist Garuga. Oh, das war Garuga. Ja. Okay, rote Echsenboys tun weh. Nicht in die Gefl... Die Pflanze aber nicht. Ich glaube, wenn die Pflanze zaubert, dann ist sie halt auch fies. Ich sammel mal das Geld ein. Fragt mich nicht, weswegen. Hm. Mir gefallen die Buffs nicht, wenn man nicht weiß, was sie bringen. Das ist irgendwie immer gruselig. Oh! No! Na, komm. Aber vielleicht zauberst du langsamer? Das würde dir halt überhaupt nichts ausmachen. Hm. Aua. Oh, Gott. Ja, wir sollten uns... Oh, der Speer ins Gesicht. Was soll der Kack? Ja, wir sollten uns mit denen nicht im Fernkampf anlegen. Das Schöne ist, die hauen rein, aber die machen nicht... Die halten nicht so viel aus. Das ist tatsächlich recht fair. Ich nehme auch mal Sanitas mit. Unengel. Also, bis jetzt finde ich's nicht schwer. Es geht, auf jeden Fall. Na, nur die Speerwerfer hindern mich halt komplett am Zaubern. Ah, das war's auch. Das ist sehr nervig. Au. Na gut, ich glaube, das sollte jetzt auch größtenteils das gewesen sein. Ich schätze nicht, dass Exenboys im Bosskampf warten. Ja, man muss sagen, die vier Dungeons gehen halt tatsächlich. Die sind vielleicht kniffliger, aber jetzt nicht schwer. Ja. Ja, wir haben mal eine ganze Menge geskippt vom Dungeon, oder? Ah, nicht wirklich. Also, vielleicht so ein, zwei Gängchen, aber... Da waren auch diese beiden braunen Wände da, wo wir nicht zurück sind. Äh, ich glaube, da konntest du nicht zurück. Okay. Also, das ging bloß in einem Weg, schätze ich mal. Keine Ahnung. So, du alte Wabbelpflanze. Was geht? Hier ist gelb. Ja, es sieht definitiv ungesund aus. Ach ja, Benni, ich habe ja auch... Ich habe nach dem Boss vielleicht auch nochmal ein paar... WoW-Lore-Sachen. Die aber richtig spannend sind. Okay. Die aber richtig spannend sind. Also, da dachte ich... Oh! Oh! Ich glaube, da habe ich was. Aha. Klingt gut. Klingt gut. Ähm... Ich meine, ich bin da... Gleich mal aus. Geht das von mir. Okay. So, typisch der Maschler, was draufholzen. Das hat niemand vergisst. Sehr gut. Oh Gott, mega slow. Äh. Okay, aber der Gift-Arte macht tatsächlich kein Gift. Das ist sehr schön. Das ist wohl rausgepatcht. Das war also die 1.0.3. Oh mein Gott. Oh, da... Hä? Das war komisch. Also, ich wusste, dass ich stark bin, aber... Aber ein 10... Oder ein 5. Leben vom Boss instant? War... Hey, aber das hast du schon mal gemacht am Ende vom Boss, oder? Bei der Krabbe war das schon mal, ja. Es ist komisch. Vielleicht hast du so ein Fein... So ein Fein... So ein... Na, wie heißt denn das? Finisher. Ja, aber eigentlich nicht. Das ist ja komisch. Ja, vor allem der Morbol war jetzt halt auch nicht wirklich... Krass, ne? Also, da war die... Da war die Krabbe interessanter. Die hat wenigstens ein bisschen... Bisschen... Sich gewehrt. Maxime hat mir geschrieben. Maxime. Okay, Aufbruch. Der Selk hier am Stadtrand ist vor kurzem aufgebrochen. Zwar habe ich ihm davon abgeraten. Wäre ich selbst ein paar Jahre jünger, dann hätte ich ihn am liebsten begleitet. Wer bist du? Ein Heilmittel. Du hast Heilmittel erhalten. Okay, danke. Äh, 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 hinterher! Äh, hier. Nimm einen Fisch, um jung zu bleiben. Das machen Fische nämlich. Das liegt nicht daran, dass ich noch 99 Fische im Inventor habe. Nein, nein! Was? Die sind alle mit Liebe aufgenommen. Du warst abgefarbt bei deiner Familie. Wie man es sehen will. Äh, ich bin ehrlich. Final Fantasy ist für mich kein Final Fantasy. Wenn Cloud, warte, was? Wenn Cloud mit dabei ist? Ja, klar. Ja, wie jetzt? Wir haben beides... What? Du hast mir mehr Schaden gemacht. Hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen. Äh, ich hab gar nichts gemacht in den Land. Ich hab nur geheilt. Naja, es war auch notwendig, ne? Ich hab auch nur den Kelch getragen. Das ist doch der Protagonisten aus Final Fantasy XV. Düster Panzer, düster Schutz, Brutzelpilz. Der Brutzelpilz. Der hat zum Hersteller ausrüstungsgegenstand... Ich kann aus nem Brutzelpilz einen Ausrüstungsgegenstand machen. Okay. Natürlich. Die Brust... Die Brutzelpilz-Rüstung. Ja. Düster Schutz, düster Panzer. Keine Ahnung. Nehm jetzt mal Panzer. Ja, du musst gucken. Die leicht. Okay, Rüstung. Design für Ausrüstung, die jeder tragen kann. Düster Schutz. Oh. Das ist ein Brutzelpilz, ne? Ich nehm mal den Düster Schutz. Für Ausrüstung, die jeder tragen kann. Keine Ahnung. Komisch. Brutzelpilz. Da gibt's auch Pilz für dich. Aber ich glaub, wir haben doch ein bisschen was geskippt im Dungeon. Hä? Was? Warum sind da jetzt alle oben? Das ist neu. Du kannst jetzt andere Gebiete auswählen. Ach so. Ah. Das ist cool. Ja, das ist cool. Gleich weiter. Auf geht's. Das ist cool. Das gefällt mir. Ja. Das ist ne coole Idee. Erste fortschrittliche, was ich hier sehe. Die haben einfach einen geilen Stream gesehen von uns und haben sich gedacht, ach du Scheiße. Das ist immer so. Immer diese Wartezeiten zwischen den Dungeons. Nee. Uff, das sind sechser. Das müssen wir patchen. Ich glaub, es gibt nicht viele Fünfer. Zeit für ein Obden. Machen wir das Palisaden vor. Ne, ne, ne. Palisaden vor. Machen wir die Dings zu den Mondstädten. Wunderbar. Also müsste jeder selber auswählen, oder wie? Keine Ahnung. Ich mach jetzt... Ah, ne. Wir müssen Start drücken. Ah. Ja, wir können nur auswählen. Ne, du kannst nur auswählen. Wir können nur Start drücken, oder Ende. Und das war's. Okay, das ist cool. Also jetzt ganz kurz, mich juckt's. Was juckt dich? Also, ja. Kurz dieser kleine Ausschreibung. Ja, 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 ja. Hau aus. Also, da gibt's ja in Stadtlande so ein Gebiet, Ravengrave. Ja, das sind so Vampir-artige Leute, und die bestrafen eigentlich Leute, die von der Richterin verurteilt wurden, dass sie ein schlechtes Leben geführt haben, ja. Okay. Wie gesagt, Vampir-ähnlich. Mhm. Da gibt's so ein Tagebuch, was du da auf einer Turmspitze finden kannst, und zwar ein Tagebuch mit Nachrichten, die von irgendjemandem an Lord Denathrius geschrieben wurden. Und Denathrius ist halt praktisch der Titan des Todes von Ravengrave, ne, also der oberste. Auch so ein riesiger, ne, so ein riesiger Vampir-Typ. Wo schon vorher viele gesagt haben, da sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Schreckenslord, ne. Okay. Dann, äh, Brief lässt verlauten, dass, ähm, keine Ahnung, Infiltrationen stattgefunden haben, also von ihm ausgehen. Wie er es befohlen hat, und zwar wirklich in sämtliche Regimente. Und zwar richtig tief, so von wegen, dass die Titanen ausspioniert wurden, die Essenzen des Lebens, und, äh, ein paar von uns haben uns in die Reihe der Dämonen begeben. Äh, das war zwar ein nötiges Übel, uns da ein bisschen Fellmagie anzueignen, aber nun wissen wir, dass wir die als Verbündete haben, ne. Also es geht um dieses, ähm, dass anscheinend Denathrius auch außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs überall so ein bisschen seine, oder seine Leute ein bisschen so ihre Fäden spinnen, ne. Seine Spitzenlatte überall, okay. Dann dachte man halt erstmal deswegen, ey, kann das nicht sein, dass das ein Schreckenslord ist? Also ein vampire-ähnlicher Typ mit Fellenergie, ja, das ist ein Schreckenslord eigentlich. Und die sind eigentlich auch nur dafür da, um Verbündete zu finden, um zu infiltrieren, ganze Nationen gegeneinander aufzuhetzen, indem sie sich verwandeln, und keine Ahnung was. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, also mir zumindest, oh, dem sein Schloss heißt ja Nathria, und Schreckenslords heißen auch Nathrism. Ah, okay. Okay, also es könnte ganz schön viel geben. Eieiei. Weil Warcraft 3 oder so, die hast du auch nie irgendwie so als Einheit oder so gehabt, das waren immer irgendwelche einzelnen Leute. Und alle hatten einen Namen, und alle haben in irgendeiner Weise, ja, dirigierende oder wirtschaftsstörende Sachen gehabt, einfach. Also die waren nie so diese Zerstörer wie Grubenlord oder irgendwas. Mhm, mhm. Ja, ist schon richtig. Die waren immer so ein bisschen im Hintergrund, ne? Ja, richtig. Also das war schon, ja, so ein bisschen, oh, wow, krass. Das ist so ein bisschen. 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 Das ist so ein bisschen Background-Story bekommen, ne? Und nicht halt einfach bloß so ein paar Typen sind, die Ärger machen wollen. Ja, eben. Ja, genau, richtig. Also, man merkt ja auch viel so, keine Ahnung. Da gibt's ja auch dieses komische, wir können übrigens starten. Also, wenn ich eins geht, dann nicht bereit getreten. Achso, ja, ja, nö, nö, ich hab nicht bereit getreten, deswegen. Oh, guck mal, jetzt ist da Tag. Ja. Cool. Das ist cool. Nein. Verdammt. Das Gruselige ist eventuell bloß, wenn jetzt hier vielleicht alle fit sind, wenn hier Tag ist. Ja, eben. So. Das letzte Mal hatten wir die Nacht als Vorteil. Ja, und dann in diesem Ardenwald, wo diese ganzen naturverbundenen Leute herkommen oder hinkommen, wenn sie tot sind, wie zum Beispiel auch Ysera, die stirbt in Legion. Oh, okay. Und, ähm, ja, die wird halt praktisch in den Schattenlanden wiederbelebt und meinte so, ja, nee, und das halt von der Winterkönigin, das ist praktisch die Todes-Titanin von diesem Bereich. Und die meinte so, ja, Ysera, die kennst du noch, das war sozusagen das Schoßfindchen von meiner Schwester. Und dann so, warte mal, wer ist denn jetzt die Schwester? Ist das die, äh, Eona, die Titanen vom Pantheon, die für sie Leben gesorgt hat, oder ist das vielleicht Elun? Ne, weil es ja auch noch da, diese Nachtelfen, wie sie immer zu Elun angebetet haben, wie so hat sich da so ein bisschen geparkt. Ui. Ich würde auch so gerne über diese Lore, ich würde auch so gerne über Lore von Final Fantasy reden, nur leider kenne ich sie nicht und dieses Spiel hat keine. Lass mich nicht falsch verstehen, falls ich hier Leute langweile. Ja, das ist halt eben das große Problem, ne? Bei jedem, ah, beziehungsweise, ähm, Warcraft ist halt so ein unfassbar großes Spiel. Und mit so einer extrem lebendigen Lore auch, das hast du bei nahezu keinem anderen Spiel, dass du irgendwie mittlerweile 20 Jahre Lore zusammenfassen kannst und die immer wieder, äh, aufeinander aufgreift. Ja, das stimmt. Weil du könntest jetzt... Ja, vor allem, das, das Spannende daran ist halt, wieder nur kurz auf die ersten Brief nochmal zurückzukommen, ist dies dann halt auch zum Beispiel, ja, äh, ähm, eigen, so, was die Lehre so angeht, ja, die kann man eigentlich als Schild verwenden, die sind eigentlich, wenn man denen in irgendeiner Weise Macht gibt, sind die bei jeder Scheiße dabei, so, natürlich, ihnen schöner ausgedrückt. Mhm. Und dann, okay, also Nathrysim gibt's auch unter den Old Gods, oh, dann wird's aber ganz schön nettlich. Ja, wenn die selbst so weit gegangen sind. Ja, das ist, weiß auch nicht. Schon, gibt's ja ein, zwei Aspekte, die sie ein bisschen nervig finden, oder sie bisher, sozusagen, aufgehalten haben, aber zu Burning Legion und, und, äh, die Void Lords, ist ja schon ein Problem, anscheinend. Oh, na, weißt du? Gut, wenn du bloß da bist, um böse Leute zu bestrafen, dann kann man natürlich auch mal so ein bisschen bei dem Bösen umschauen, Obert. Ja, aber es gibt ja halt bei den, sagen wir mal, wenn wir beim Licht zum Beispiel sind, gibt's halt die Geschöpfe des Lichts, das sind die Naru. Mhm. Und, äh, als es in Richtung Ende Legion ging, dann hat man plötzlich halt, da gab's dann, gibt's anscheinend so einen Paragon des Lichts, also mit allen wirklichen Leuten aus allen möglichen Welten, die sie halt im Licht verschrieben haben, um die Legion halt aufzuhalten. Mhm. Und, äh, darunter war auch ein Typ namens Nelfra, Nelsrarion, Neltarion, Nels, weiß nicht mehr genau, irgendwie auch halt tatsächlich ein Lichtschreckenslord. Ah, ja. Ja. Ja, also das gibt's anscheinend auch, so. Ja, ha. Ja, gut. Ey. Cooler gegen hier. Okay, alter. Wie gut, dass wir hier waren. Ja. Also ich finde das hier übrigens ganz schön, das hat eine ganz andere Geschmack hier gerade, so ein bisschen so, 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 so. Mittelalter-Camp. Ja, ja. Hat so was Morgen-Appell-mäßiges. Ja. Kakariko-Flavor. Hopp. Ist auf jeden Fall cool. Gefällt mir. Ja. Das ist, es ist so eine simple Änderung, aber sie verändert den Dungeon halt komplett. Muuuuh, das Feuer ist halt unschön. Ja, die Schamanen sind ein bisschen im Kower. Oh mein Gott. Hast du gerade eben eine Voice-Line gehabt, als du wieder aufgestanden bist? Was? Wie? Naja, Oli. Ja, ja. Keine Ahnung. Du hast irgendwie gerade gesagt, I'm back on my feet. Hätte ich jetzt so noch... Ja, das war ich. Ja, ja. Nein, das war ich. Ich hab's gesagt. I'm back on my feet. Eine Person. Ja, ja. Das war meine Voice-Line, ja. Jetzt geh weg hier. Ja, ja, ja. Pieke ich dich. So, wie rum? Da geht's nicht los. Ist das irgendwie die Woche der Roten Eidechsen? Sind die jetzt überall? Scheinbar. Sie haben alles übernommen. Ich mein, gut, ne? Das ist... Ist das natürlich auch blöd, weil wir jetzt direkt ins Camp von den Roten Eidechsen gegangen sind. Wir pullen einfach wieder alle. Ja, natürlich. Easy. Boah, sag ich, hier noch meine Füße oben und mein rechter Controller geht nicht. Oh mein Gott, da ist schon wieder halt gepullt. Verdammt. Wir sollten vielleicht doch nicht alles, alles pullen. Doch. Oh Gott, die Speerwerfer sind zu erzeln. Wegen den Stunts. Ja, und jetzt stell dir vor, du würdest zaubern wollen. Ja, gut. Ja, wu. Okay, also wir brauchen immer noch zwei von den Steinen. Darin hat sich der Dungeon nicht geändert. Oh, weh. Oh, weh. Okay. Oh, weh, oh, weh. Was, weh, weh? Nein, ich weiß. Alles toll, Benni, dass du dich doch dazu entschieden hast. Ich wusste es. Oh. Wie hätte man mal was anderem rechnen können, nachdem du so viel von WeW erzählt hast. Ja, ich weiß. Es ist einfach nur. Freunde. Fester Spiel. Es ist ein tolles Spiel. Ja, wir sollten auch ein bisschen weiter so machen. Ich finde das sehr interessant, dann so Abzweigungen einfach immer links, rechts zu gehen, um die Leute so ein bisschen aufzuscheuchen. Das hilft gut. Na, ich laufe bloß dem Kelchträger hinterher, aber ich weiß nicht, wo der Kelchträger hinläuft. Äh. Wir müssen oben auf die, auf die Mauern. Ich wollte euch nur testen. Oh, doch nicht. Wir sollten nicht einzeln, Jungs. Zu zweit können wir hoch. Ich hoffe, die verbinden sich nach links. Ja, weil eben hatte ich das auch probiert. Bei der rechten, da hat es irgendwie nicht gut funktioniert. Ziemlich sicher. Da mal. Ich glaube, da ist, da ist einfach bloß, glaube ich, jemand noch mal drauf gelaufen. Oh. Oh. Das waren schnelle Instant-Kills. Doppelfolger. Oh, ja. Ja, er hat noch vorhin schon. Sehr schön. Klingt interessant. Induktionsherd. Hey. Zumindest lohnen sich die ganzen Phönix-Federn jetzt endlich mal. Ja. Waren wir da? Nee, da waren wir schon, ne? Entschuldigung. Ich glaube, ich glaube, von da sind wir hochgekommen, ne? Ja, weil ich weiß nicht. Nee, von rechts. Ich weiß nicht mehr, ob wir ganz oben waren. Also, ob wir hier lang gelaufen sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir ganz rechts am Rand waren, weil wir sind hier die Treppe hochgelaufen. Also, rechts. Ja. Mhm. Da unten sind auf jeden Fall noch ein paar Viecherchen. Ah ja, guck mal, das ist der, das ist der Wand. Na gut. Aber wir müssen ja eben nochmal nach rechts, weil wir den Schlüssel brauchen. Musik ist aber toll hier. Kaffee. Wir können noch die Brücke sprengen. Vielleicht bringt das ja wieder was im Sumpt. Diese Treppen. Passt auf die Streitkolbenträger auf. Die tun, glaube ich, echt weh. Ich bin schon wieder gleich down, aber Hilfe. Oh, das wird mal ein schneller Wipe. Er hat nicht gesniped. Das ist unfassbar. Ich hasse diese Speerträger. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr casten. Ja, weil hier ein bisschen Magier wieder Ärger macht. Wer ist Carsten? Wer ist Carsten? Was ist mit Carsten los? Was kannst du mit dem? Was ist denn nur mit Carsten los? Ach ja. Gut, out. Das sieht gar nicht gut aus. Okay. Okay, langsam ran, um nicht alles zu pullen. Okay, da ist gar nichts zum Pullen. Das Problem ist halt, du willst eigentlich an die Zauberer ran. Aber wenn du da rangehst, dann hauen dir alle Speerwerfer auf den Kopf. Ja. Und deswegen muss du fast die Speerwerfer hier. Oh, hallo Behemoth. Wie er da rumwackelt. Hi. Oh Gott. Ich tank das. Okay, ich hab das getankt. Das war halt auch bloß die ganze Weile wie ihn ist. Das ist jetzt nicht so mega. Ich lüchel. Das ist halt der langweiligste von alt. Nice, nice. So. Dann zurück. Ich gehe schon mal nach unten, bevor das wieder zu Problemen führt. Wir können runterrutschen. Oder du bist noch nicht. Oder ich werde halt einfach zurück teleportiert. Ja, geht halt genauso. So, ich glaube da oben ist noch ein Begimuth. Hi. Oh, hol den. Oh, hol den. Bam, bam. Nice. Ja, gut. Der geht halt tatsächlich. Stirb, Brücke. Stirb. Ja, diesmal sind da gar keine so komischen Feuerdinger, die die Brücke sprengen können. Du drüber laufen kannst halt trotzdem nicht. Oh, da ist einer. Hey. Komm mal rüber hier. Boot, boot, boot. Äh, boot, boot. Sorry. Ja. Nein. Ja, knapp. Ja, also mehr macht er nicht. Auf die Brücke selbst kann er nicht. Okay. Ja, nee. Ja, du müsstest ihn wenn dann schieben. Ja, das wäre eh komisch. Ich dachte, wer tot ist. Erzutut. Schade. Da oben sind vier Gegner. Okay. Ja, ich kann auch gerne außerhalb des Kreises gegen den Schwertkämpfer kämpfen. Easy. Ist meine, oh Gott, leichteste Aufgabe. Ich hätte bleiben sollen. Jesus. Schadewitz. Das ging hier oben ab. Nee, Stern. Yay. Wir haben es vorhin gesehen, wir haben rote Schuhe bekommen. Auch schön. Ja, na. Stehen dir bestimmt gut. Auf jeden Fall. Sind für mich. Das sind meine. Meins. Man guckt euch die herrliche Form meiner Schuhe an. Da waren wir gerade eben. Die in Rot, ey. Da waren wir gerade eben. Da waren wir gerade eben. Ich dachte immer, mein Kopf ist ein Sieg. Aber schönes Brudelverhalten, ne? Einfach mal mitgelaufen. Hat keiner gesehen. Ja, keiner. Oh Gott, die hält viel aus und tut gut weh. Die gute Dame. Jo. Hühnenreif. Der Hühnenreif. Okay. Hühnenreif. Ganz schön bühnenreif. Und ab nach links. Hunde ich nochmal nach rechts zurück? Vielleicht haben wir da noch was vergessen. Ich meine, wenn man sich das halt wirklich tatsächlich so ganz genau anschaut, dann sind die meisten dann halt hier auch echt kurz. Wenn man halt einfach bloß so durchläuft, wie ist das gerade im Tun? Oh Mann. Oli ist schön mit einem Ice in die Falle gelockt. Nein. Ja, toll. Alle hoch, alle hoch, alle hoch. Es könnte jetzt ne Weile dauern. Oh oh. Lady in Pink ist wieder da. Lady in Lila. Au. Na gut, das hat nicht so viel Schaden gemacht. Was hat da vorhin so viel Schaden gemacht? Haarnadel. Hm. Merkwürdig. Oh oh. Falsche Richtung, Leute. Ja, und der Snipe geht halt wieder weg. Der Snipe geht halt wieder weg. Ich geh auf den Sperrträger instant. Das sind tatsächlich die ätzendsten Typen. Wär schon wieder Banner Down. Achso. Ja. Ich verstehe. Der, der immer gesniped wird. Ja, der hat es auf dich abgesehen. Eindeutig. Be-Hee-Beef. Bam, bam. Okay. Feuer macht mir nichts. Ich bin im Feuer geboren. Okay. Warum sind Schlüsselwächter eigentlich hier die einfachsten Gegner, die wir haben? Eben deswegen. Ah. Okay, auf zum Boss. Wow. Einfach weggeschmissen. Garoua kann mich schieben, dann bin ich viel schneller. Die Push-Strats. Wir können auch hast auf dich, Carsten. Ich glaube nicht, dass ihr das könnt. Ach, mit Olli mitmacht dann schon. Ja. Mit welchem Zauber denn? Phönix-Feder. Phönix-Feder mit Olli immer. Ganz im Metafol. Okay. Schauen wir mal, wie der Echsenkönig aussieht. Echsenköniglich. Wahrscheinlich. Vielleicht trägt er ein kleines Krönchen. Das war die erste Gladiatoren-Arena von der Gladiator, als er noch da in Ägypten rummehrt hat. Ich habe den Film letztens gesehen, deswegen komme ich da. Okay. Hätte mich jetzt verwundert, wenn du das so bildlich gewusst hättest. Nee, zufällig kann ich das sehen. Weil zumindest bei mir ist der Gladiator jetzt doch schon eine Geweile her. Guter Film, aber. Ja. Russell Crowe. Kätzchen. Das ist Russell. Oh, Kätzchen. Guck mal, wie flauschig sie sind. Diese Wabbel-Schnur-Haare würden halt nur Ärger machen bei einer richtigen Katze. Würde überall hängenbleiben. Oh, auch Unmila heute. Ja. Ha, mit der Waffe. Du hast mir auch so ein Mädchen-Anime geklaut. Ja, viel zu gut. Wow. Holla. Okay. Instant down. Endlich mal da. Sollen, Leute. Okay. Wir müssen jetzt mal die kleinen Viecher mitbiegen, sonst passt das. Ja. Und ich bin down. Nein. Wow. Fest ab. Das ist aber die Lady da unten, oder? Weil es ist ja nicht die Katze. Ich bin schon wieder down. Die Lady macht hier unten das Volga. Ich habe keine Phönix-Feder mehr. Das ist nicht so gut. Ich habe keine Engel. Das war richtig. Auf die Lady, auf die Lady. Das ist der Echsenkönig. Eieie. Warum zum Geier? Wie bin ich draufgegangen? Das kann ich das tun. Holla. Ja. Der Engel war richtig. Ich brauche meine Phönix-Feder. Okay, jetzt habe ich meine Phönix-Feder wieder. Ich brauche meine Engel. Das ist ein Team mal erledigen. Ich habe keinen Engel, Leute. Okay, sie ist erledigt. Jetzt sollte alles ein bisschen leichter gehen. Hat jemand von euch Engel? Kann jemand Oli wieder belegen? Ich glaube, ich habe keinen Engel. Aber ich habe eine Phönix-Feder. Glaube ich. Nee, habe ich nicht mehr. Ja. 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 Okay. Easy. Du hast du nur noch. Oh, der Stachel tut weh. Aufpassen. Nicht von dem Stachel treffen lassen. Oh, da ist er schon wieder. Links, links. Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Ach, komm, wie er mich wegsnipe. Na, du Drecksack. Ihr Endiger. Dankeschön. Ich höre ein bisschen drauf. Bin ich. Was? Äh, tot. Oh, er hat verfehlt. Oh, er hat nicht verfehlt. Ah. 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 Okay. Und dann macht er gar nichts. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Ja, wir haben ihn. Ja. Die sterben immer mit noch einem zehntel Leben. Ich verstehe das nicht. Nö, diesmal? Diesmal war es... Aber... Guck mal, wie warf ich für die haben. Die Waffe ist mega. Könnte so ein Bayonetta-Zwischenboss sein. Okay, der war... Das war schon ziemlich krank. Der war gut knifflig, ja. Das ist... Dieser Stich hat halt wirklich irgendwie vier Herzchen Schaden gemacht oder so. Das war schon mies. Pink nur für Dragon, ja. Ja, ich werde dir in deinem Service geben, Capone. Oh Gott. Weißt du, alle Farben hättest du ihm geben können. Alle. Das ist pink. Jail. Heute wieder keine Briefe, Capone. No. Jail hat mir geschrieben. Vor kurzem wurde mir das Glück zuteil, in dem Genuss der Klingenkirsche zu kommen. Wahre Delikatesse für jeden Gourmet. Ich kann da nur... Äh, kann ich dir nur sagen. Aha. Nicht wahr? Deswegen kriegst du... Dann schicken wir doch mal 30. Nee. Zu einer Klingenkirsche passt natürlich perfekt ein Fisch. Das weiß man. Du musst die Fische loswerden. Delikatesse, Fische und Kirschen. Mhm. Gibt's immer zusammen. Ich habe deine Antwort, Capone. Okay. Ich sehe dich wieder, Capone. Genauso wie Fische und Schokolade. Ist auch eine ganz gute Kombi. Sicher. Spezialattacken. Oh. Gegenstände. Ja. Es sind irgendwie immer gerade dieselben Sachen, ne? Ja. Oh, wir haben richtig viel. Wow, ich kann das rechts nehmen. Ich kann das unten nehmen. Und das rechts. Und alles oben. Vielleicht wieder ein Brutzelpilz dabei. Vielleicht. Wir werden sehen. War es der Brutzelpilz? Hexenrobe. Hexenschutz. Aha. Das hört sich mittelalterlich an. Ich meine, es ist ganz cool, dass jeder Dungeon auch so seine eigene Ausrüstung hat, mehr oder weniger. Mhm. Keine Ahnung, ey. Ich nehme jetzt mal eine schwarze Platte, weil ich die aufgehoben habe. Oh, Hexenrobe. Ach so, schwarze Platte. Sternensplitter. Okay. Für Ausrüstung, die jeder tragen kann. Die von Mitgliedern jeder Rasse. Das ist ein Design für eine Robe. Eine Hexenrobe. Klingt mehr magisch, ne? Aber Hüdenreif bringt halt auch nichts. Das ist hier mal die Hexenrobe. Nee. Ich nehme den Hexenschutz. Kannst du, wenn du willst, die Hexenrobe nehmen. Ich weiß es nicht. Die plus drei Magie klingt halt auch nicht verkehrt, ne? Wie du willst, nur... Nimm mal die Magie. Okay. Ich hätte auch den Hüdenreif nehmen können, aber da ist halt die Frage, war das wirklich noch wert? Aber, ja, passt schon. Äh, okay. Nächster Dungeon. Was machen wir denn? Oh, da war irgendwas mit Schnee. Ähm... Violum Eis. Ja. Okay. Schnee. Schnee. Wir haben hier gehalten. Schnee. Schnee. Violum Eis klingt sehr, sehr cool. Ja. Danach können wir endlich die Totenstelle machen. Hey, die schöne Musik ist wieder da. Also die Level-1-Musik theoretisch. Oh, schade, ey. Warum können sie es nicht über Banjo-Kazooie machen? Weißt du noch damals, als man da durch die Oberwelt gelaufen ist und sich die grundlegende Musik immer passend nach dem Gebiet veränderte? Hörst du? Geklimper? Aber ja, das wäre schon cool. Das war eine schöne Sache. Aber die Musik hat sich auf jeden Fall verändert. Ja, das stimmt. Ein bisschen beinachtlich wurde sie. Oh, das ist toll. Das freut mich. Vielleicht haben sie das auch gepatcht. Das gab es vorher gar nicht. Das war eine andere. Also ich will jetzt passen für die Season einfach mal jedes Level so. Alles im Eis. Crystal Chronicles on Eis. Mein Mieter. Schönes Musical. weil wir crystal chronicles spielen anstatt shatner stories ich wusste ja auch zu dem zeitpunkt nicht so richtig was es werden wird ja ich denke ist auch nicht verkehrt aber klinge sicherlich auch ja da war ich ein zweites mal ich habe es mehr so ein kleben zweitschannel gemacht wo es aber dann stream aufnahmen gibt dann wer mal gameplay sehen möchte ich will hier die ganzen abend rein na so sie ist ist das schneegebiet zu viel für die switch zu viel eis auch macht das baut eis leute 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 ja ich versuchte es kam wieder raus das im pilz hat auch machen können tschuldigung vielleicht ein laptop über jetzt gerade total ein bisschen eis abgeben wir können hier so in so ein eis gelett schicken das kühlt ihn sicherlich auch gut runter wo apropos eis ich hab noch ben jerry heißt auch auf ob die komponiert hier aua kompo ist okay vorgestellte runde gekocht und zwar etwas was der benny auf jeden fall kennen wird fleisch kichle und als das habe ich keinen bock ab zu backen deswegen auch nicht schlecht kann man mal machen klassisch aber gut ja ich will wieder bei dir einen flammkuchen essen bei dir um die ecke die zimt und zuckerschicht hat dann aber die helft über die saffelküche ausgemacht das war wie eine große aus zimt und zucker war schon heftig aber das war viel zu gut ja und dann haben wir den stream rund gefressen kein wunder dass wir nie wirklich vorangekommen sind ne küchle anbietet weiß nicht ob es öfter gibt bei dir in der gegend aber irgendwie noch nie gesehen und dann hier das hier weil die platte ja nicht geht dachte jetzt vielleicht dass wir das feld hier auftauchen müssen aber vielleicht müssen wir auch die die tröten auftauchen ich meine wir haben das ding schon den stein ach so ach so ja ja wenn wir den stein schon haben dann ist eh alles vorbei was machst du machst du ja wird es auch nicht warum leckt mein spiel so man könnte stattdessen auch garuga ein bisschen anschieben wir hatten ja schon eine zeit so vor zwei jahren oder so wo doch recht häufig dann wurde recht häufig bei mir war es oder wir immer wieder recht häufig das stimmt aber die die hofstone hast du ja die hier rutschen gemacht ja aber wie gesagt bei axiom berge da war nix anderes drin kommt drauf an hast du noch deine kaffeemaschinen hau mal wieder so ein ding durch das war hammer da habe ich noch für gyros gekocht also was heißt gekocht warm gemacht so mehr oder minder war netter tag moment aber muss einfach nur viel drauf hauen ich glaube das ist halt so bescheuert wenn das der move ist aber schon ja so mein gott das ist der große eischamane er hat seinen pelz er hatte sein kopftuch an wir angerannt kamen so was war meine eiswand oh gott ne ne freunde dat mit ww dat machen war dann nennt sich da nennt sich da benni noch in mr allianz killer rum hier unten gibt es noch gegner hier unten gibt es noch gegner ja dann gehen wir zu den gegnern gehen wir zu den gegnern juhu juhu der mr allianz killer mr allianz killer alle auseinander alle hin alle in loot schnappen alle in loot schnappen darunter kann man nicht ne also aufs eis ne sieht nicht so aus oh kein schlittschuh laufen eis ne weißt du weihnachtsmarkt fällt aus da kannst du schon kein schlittschuh laufen so ist es hier auch noch drum betrogen leide wegen der pandemie geschlossen das war das update hust ich ja jemanden an aufm eis stimmt wie haben wir vorhin den den schlüssel daraus bekommen äh wir haben das einfach bekommen treffen den pfeufer ach so der lag da okay weird weil normalerweise drückst du auf die platte und der schlüssel wird hochgespült warum sind die immer so steine einfach drauf immer drauf man nennt es eis olli das passiert wenn es kalt ist ja kommt jetzt wieder der große eischschamane nö ey er ist einfach sauer wenn man seine elemente kaputt macht wäre es gut wenn der aber jedes mal auftauchen würde aber bitte mit so einem ey makro drin ja nicht ja nicht offen schleim voll ins gesicht getreten oh god er ist wieder skelett boys ich mach den magier gleich mal platt er ist wieder da ey das ist mein garten das sind beide garten zwerge könnt ihr mal sein eichhörnchen in ruhe lassen yes sehr gut also als solch spitzfüßige jukes hätte ich vielleicht schon angst das heißt zu durchbrechen und in den see zu stürzen ja aber die können sich doch mit magie irgendwie oben halten keine sorge die frieren den see einfach wieder ein mit eismagie ja das hat sich gelohnt cool schön oh das soll übersehen eine wunderung die hatten wir ja auch bloß schon 20 mal naja gut sie kichert wieder hm ja ansonsten ist der dungeon natürlich etwas kleiner weil jetzt die eisflächen fehlen und da die gegner drauf ansonsten ganz schön schön gemacht von der Art her ja von der Art her auf jeden Fall das ist glaube ich bei allen Dungeons das kürzeln als die normalen ganz stark ja ich meine also die meisten Dungeons sind halt Standard von der Zeit jetzt zum Beispiel die ähm das Dämonen vor war nie länger ähm deswegen die meisten Dungeons sind halt einfach nicht lang das ist eben das und da wir jetzt halt gut ausgerüstet sind und wissen was wir tun müssen kommen wir da halt eben auch gut voran zwei Gegner, vier Gegner oben oh Skelett Boys da kaste ich doch erstmal Eis drauf das lohnt sich ja das ist richtig gut was sonst hätte man hier casten können oh wo ist denn der Magier ich dachte der wäre hinten aber da ist bloß so ein Säbeltyp Bobby ist down ich steck mich mal hier hinten ich kaste Carsten ok der ist down ok alle sind down sehr gut ein bisschen gruselig nur ein bisschen ok weiter gehts Hitboxen von den Türen dynamisch anzupassen wäre viel zu schwierig ja eh hallo soweit sind wir leider noch nicht in der Spieleentwicklung tut mir leid ey ein einzelner Wabbel da hinten der danzt um sein Leben na du bam bam oh Gott der hat Freunde oh er hat viele Freunde aber wir haben nicht alle gepult ich bin stolz auf uns hier ja auch das passiert nicht oft ich war kurzzeitig stolz auf uns bis wir dann doch alle gepult haben ok der ist erledigt Achtung und jetzt noch den Magier oh da hinten ist er noch Magier ist erledigt Perfekt wunderschön ob der Golem ob der Golem ne Weihnachtsmütze tragen wird hier oben noch? ja da oben vielleicht vielleicht hat er auch nen weißen Bart und dicken Bauch ja ein paar Geschenke zum Werfen das wär so gut statt seinen Armen wirft er Geschenke auf dich weißt du so ne Art von Dungeon hätte ich tatsächlich ganz gerne die Dungeons sind irgendwie immer noch ein bisschen zu ernst servig ich mach der Magier platt Oli ist gleich tot Magier ist platt oh ich pull hier zwei ok nur noch einen oh ich pull hier alle au dumm Hammer nice ja das geht gerade ganz gut wir stellen uns gerade nicht so schlecht an äh ok achso normalerweise kenn ich diese Ausflüge bloß von Sozi aber gut das liegt auch liegt auch daran dass Oli normalerweise immer den Kelch trägt das heißt wenn er solche Ausflüge macht müssen wir halt hinterher das war ein guter Charge oh Gott wir haben nächstes Mal gar keine Wand zerstört verschwinde macht dann auch gar kein Damage ach gut die gehen halt schon wieder ne Wunderrute ich hab das Eichhörnchen nicht mal gesehen wegen den ganzen Effekten ja nice nicht so nice hey endlich ist und greifen lässt mal ne Kiste es hat bloß 20 Jahre gedauert bis die Entwickler deine Kiste reingepackt haben mit der Phönix steht ja 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 gut über die über die Belohnung lässt sich streiten aber es ist ne Kiste dort so man muss langsam anfangen vielleicht bekommen wir in 20 Jahren wieder ein Remake dann ist da was interessantes drin okay auf zum Boss oder ich glaub wir haben nicht unbedingt den Weg übersehen Gibi let's gooo nice ich werd's erst ich werd's erst ich find's auch schön wie der Kelchträger selbst in der Cutscene einfach ewig hinterherhebt ne keine Beschleunigung für den Kelchträger bloß weil er in der Cutscene ist ich hab doch schon ne Weile nicht mehr ne ich will jetzt den Weihnachtsgolem sehen kein Pinker Golem kein Pinker Golem kein Pinker Golem dein Tropfen friert halt leider ein wenn du ihn hier aufsammeln willst ne das wär so gut das ist alles so ein Eisbrocken das war so ein Eiszapfen runter ups du wurdest getötet ein Eisgolem das ist cool ich muss ihn töten für seine Schuhe falsche Farbe ja der Eisgolem Eis ich muss er so nah oh Gott er hat zwei zwei Eisboys dabei das ist ein bisschen uncool ja eindeutig die sind halt einfach bloß hart tanky ne ok oh mein Gott ah Achtung Raketengefeuerte Eishände und Eislaser oh und Eisexplos oh Gott das ist uncool wenn das eintopiert oh Gott ja Stunlock uns halt zu Tode Kombo Kombo ich kann nicht heilen oh Gott das ist lang was verlangsamt einen denn da das ist auch das Eis oder ja ich glaub schon au ok der ist halt echt eklig nicht weil er so viele Stunlocks hat oh garuga oh 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 aua 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 das war ne Hand oh Gott Der könnte eventuell knifflig werden. Oh, was macht langsam in diesem Dungeon oder in diesem Kampf? Ich habe es noch nicht gesehen. Nein! Verdammt. Ja, wir sind halt alle gleich tot. Wenn wir da nicht schnell rauskommen. Oh, ich bin da einfach nur weg. Du musst halt diesmal echt außerhalb deiner Reichweite bleiben. Wieso hat das dich nicht geheilt? Sorry, Olli. Ich dachte eigentlich, du wärst in der Reichweite gewesen. Au, das ist einfach bloß so ein Debug von ihm, den er einfach so kurz nebenbei zaubert. Ist klar, ne? Mal so einen Massenslow zu zaubern. Ja, ich wollte dich eigentlich heilen, Olli, aber... Kein Problem. Er hat dann das Ganze etwas verdorben. Ja, lass mir doch mal Eis auf ihn. Das wird ihn eindeutig besiegen. Nein! Eben, die Boys sind wieder da. Nein, das ist der falsche Zeitpunkt dafür. Gibt es hier einen richtigen Zeitpunkt für irgendwas in diesem Kampf? Eisabwehr wäre hier cool gewesen, ne? Just saying. Wir hätten vielleicht mal die Elementarwiderstände checken sollen. Hier war es recht offensichtlich. Ey, du, deine Mutter hat nahe den Arsch. Nein, sag sowas nicht. Das hat doch noch nichts zu Problemen geführt. Ich bin ja gestorben. Ich weiß es nicht. Aber das ist das Problem. Bei der Hälfte des Kampfes weiß ich nicht, was passiert. Ach, komm! Jo, ist klar. Mach den Helikopter. Olli! Wenn ihr eingefroren werdet, geht nach ein paar und... Geht er weg! Olli, du läufst halt immer am Bieter vorbei. Na ja, Olli ist halt ein vorderster Front. Wo ich gerne auch öfters wäre, aber irgendwie ist immer was im Weg. Ah Gott, der trifft dann halt auch zweimal. Nein, ich schon nicht. Jo, das warten wir wieder. Ich muss sagen, erstaunlicherweise bin ich noch nicht einmal draufgekommen. Ja, ich packe mir einfach eine Königsfeder rein. Ja, du wisst, ihr werdet von dem... Eis getroffen, könnt ihr kurz vorher ins Menü gehen, weil im Menü kann man noch Sachen machen. Ja, natürlich. Nein! Ich hatte es sogar schon gelegt. Das war echt dumm. Das war richtig eklig. Das war sogar schon auf dem Boden. Hier, das ist ein fieser Boss. Den mag ich. Irgendwie verliert er aber trotzdem ganz gut leben. Ja, aber wenn ich das wieder irgendwann draufgehauen kann. Aber... Na, Olli hat viel draufgehauen, muss man sagen. Ja, jawohl. GG. War alles ich. War alles ich. Eis-Titan. Stimmt, klar. Es ist ein Eis-Titan. Das hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Oh Gott. Ach, Gott. Oh Gott. Stressig. So viele Eis-Titanen. 1-1-11. Aber solche... Wie dumm das aussieht, wie ich da renne. Ich bin der Running Man. Aber solche... Solche Bosse wünsche ich mir tatsächlich. Die gut knifflig sind. Jetzt gerade so im Aftergame. Wo man tatsächlich ein bisschen was zu tun hat. Ich habe ein Liter heute, Capone. Wenn ich aber um das Hund los draufhauen muss. Elf Eis-Titanen. Kannst du dir das vorstellen? Ich will mir das gar nicht vorstellen. Einkaufszettel. Drei... Gryffonschenkel. Eine Flasche Milch. Ein Bauernbrot. Zwei Bündel Rundmais. 300 Gil. Ich meine, kann ich dir mitbringen? Außer die... Gryffonschenkel. Okay. Gryffonschenkel. 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 Hä? Äh, ich schicke dir... Die Flasche Milch kann ich dir schicken. Alles andere wird schwierig. Oder... Naja, ich kann dir bloß ein Rundmais schicken. Aber warum schickt man einen Einkaufszettel per Post? Besser als per Brieftaube. Ja, gut. Wobei man natürlich sagen kann, dass der Kupo eine Art Brieftaube ist. Na. Ist schon clever. Eine flüschige Brieftaube, sicher? Ich hab heute eins Briefe, Kupo. Strotzt vor Intelligenz, das kleine Ding. Ich hab heute eins Briefe. Kudo, Kudo, Kudo. Sehr gut. Die alle mit den 10 Minuten in vier Käfigen fangen. Drei Heißtitanen pro Käfig. Heute war's. So, ich sehe viele schöne, besondere Sachen. Ein Silberpanzer, ein Silberschutz, ein Chronosplitter und ein Steinmarker. Was? Ist das ein Marker, mit dem du auf Stein schreiben kannst? Oder ein Stein, der Sachen markieren kann? Fragen über Fragen. Ich nehm mal den Chronosplitter. Die Sachen bringen wahrscheinlich eh bloß in Kombination. Was? Für den Silberpanzer brauchst du den Chronosplitter und den Steinmarker wahrscheinlich. Da ist das Blöde dran. Steinmarker klingt noch mehr sowas für Olli. Eindeutig. Der alte Gorone. Ob ich in Ruhe. Wenn ich nehm mal den Silberschutz. Wenn ich nehm mal Silberschutz. Im heutigen Lockdown ist es schon gefährlich, den Einkaufszettel persönlich zu überbringen. Geschweige denn, selbst einkaufen zu gehen. Ja, stimmt. Richtig. Da schickt man lieber sein Geld per Post. So, ich würd mal sagen, wir sind jetzt für ne Challenge bereit, ne? Ah jo. Goblin Wall. Auf jeden Fall. Goblin Festival. Da ist Party. Ist das nicht der schwerste Dungeon ever? Sicherlich. Dann hätten wir doch erstmal die schönen Toten stattnehmen können. Aber die ist, glaub ich, auch auf 7. Das ist das Problem. Achso. Ja, da. Die sind irgendwie so... Wahrscheinlich, weil das Wochenend-Dungeons sind, sind die halt jetzt besonders heftig. So, ey, du bist zum Wochenende gekommen. Viel Spaß. Ist dein Krug eigentlich mittlerweile schon übergelaufen? Oder... Was ist da los? Er ist auf jeden Fall voll, ja. Stimmt eigentlich. Müsst du langsam so überplätschern. Ja, wir haben ja beim Eis so ein bisschen was verloren. Ja, richtig. Stimmt. Das ist ja alles dahin gefroren. Eiszapfen in den Krug und... Ist okay, ich überlaufen mit eingefroren ist. Oh, hi, Doggo. Was macht der denn? Der danzt. Ich mein, das Festival hier. Hallo? Der party. Oh, fahrt ich schon auf. Schön viel. Oh, das tut weh. Was ist denn das da links? Rechts, mein ich. Das ist ein Gift. Ein Giftteil. Übrigens, das ist ein Geisterwabbel. Oh Gott. Oh, das ist eine große Giftexplosion. Oh, das ist sehr uncool. So, Leute. Am Erdsterben, ey, ist er wie W.O.W. hier. Da siehst du, wir brauchen gar nicht W.O.W. anzufangen. Yo, ist klar. Tschüss. Ähm. Ist das klar, warum du das warst? Ich mein, ich könnte ihn einfrieren, aber ich muss halt die ganze Zeit heilen. Oh, wie heftig der Typ. Einer klaut sich der M.W. To hit. Ja. Nein. Es ist komisch, diese komische Feuerattacke, die halt auch überall hinreicht. Achtung, rechts habt ihr auch wieder das Ding angelockt. Wenn jemand eine Königsfäde übrig hat. Ach, da ist eine. Ja, aber die bringt mir nichts zum Tod. Achso. Wir wählen die. Dankeschön. Das ist halt auch mega uncool, weil wir noch nichts haben, ne? Jetzt ist er aber wieder weg. Doch. Yo. Oh Gott, die machen noch so viel Schaden. Du musst dir halt jetzt echt auch gerade eben Futterzeug reinhauen, ne? Dieser Wabbel. Zieh nicht. Das Crank. So, hier haben wir nichts, Federparadions. Uh. Ich drehe den Wabbel hier mal durch den halben Dungeon. Ich halte dich einfach hoch. Das ist sehr gut. Äh, Engel. Wir können ihn mal beleben. Das wäre super. Ja. Ich bin sehr langsam. Nice. Okay. Das sollte jetzt schneller gehen. Yo. Der macht fünf Herzen Schaden oder so. Das ist halt alles so komplett übertrieben hier. So. Laufen wir mal einen Meter, ja? Hey. Oh, und nächster Boss. Gott, was bist du denn? Oh Gott. Nicht oben, wenn du erst? Nein, der Pferdchen. Geisterpferdchen. Oh Gott. Ne, war noch ein Geist. Sehr gut. Warum? Was war das denn? Holy Ra. Böse aus. Ich bin down. Ja, unholy Ra eher. Ja, ich bin auch down. Vor allem, warum ist das Goblin Festival jetzt ein Untotenfest? What? Leute, wir haben drei Gegner getriggert. Das geht hier in einem Dungeon einfach nicht. Ja, das ist halt vorbei. Das ist halt wirklich so. Schade, ich habe es nicht mehr mitbekommen. Das habe ich auch. Doch, ich habe es mitbekommen. Nice. Ich wünsche dir, ich hätte gerne eine normale Heilung. Jetzt weiß ich, wie ich die ganze Königsehle habe. Wir haben uns so lustig gemacht. Nein, Klingkirsche. Verdammt. Wenn ich, wenn jemand noch einen Holy übrig hätte, ich hätte Feuer hierfür. Ich tankte es. Ah, das war das Falsche. Ah, das Ding hat mich gewonnen. Ich habe mich schon getötet. Ah, das ist das. Ah, das ist das. Ja, das ist das. Ich habe mich getötet. Ja. Ja, das Klopapier macht mir so viel Schaden, dass ich ein halbes Herz übrig behalte, wenn ich getroffen werde. Das ist mir gerade dreimal hintereinander passiert, dass ich mich geheilt habe. Dann ist das Ding hinter mir hergelaufen und dann wieder auf einem halben Herz gewesen. Das war ein Dungeon. Ja, mach dir das mal. Der ist halt auch Garuga hinterherrennt. Das ist so... Okay, jetzt. Ich tank das. Ich tank das. Ja, haut doch hier mal Magie raus. Ich dachte, du machst das mit ihm. Ja, aber jetzt hat es doch mich fokussiert. Ich kann das doch nicht raushauen, wenn es immer auf mich draufhaut. Ich dachte, Garuga fokussiert. Ja, bis es dann mich fokussiert hat. Du bist übrigens down. Ja, ist ja was ganz Neues. Gut, buddy. Du kennst es doch doch von Flucht der Karibik. A dead man tells no stories. Oh, Gott. Es klappert hier. Oh, ich hab sogar noch was fehlt. Ich komm nicht dran. Aua. Junge, der Feingeist. Yes. Oh, Vita. Ja. Ja. Yes. Endlich hab ich auch ne eigene Heilung. Oh, das ist so dumm gewesen. Kann mich auch jemand nochmal heilen, bitte? Ich muss zuerst sortieren dran. Oh, ja, das ist immer ne gute Idee, warte mal. Ich hab keine Phönix-Feder mehr. Ja, ich auch nicht. Gleich mal ein paar reinballern. Ich glaube, ich mach mein Inventar aus Vita plus vier Phönix-Feder. Oh, ist das nicht der falsche Weg? Kommen wir da nicht einfach bloß in die Sackgasse bis jetzt? Wir wollen ja alles sehen, oder? Ja, ja, das wär eigentlich der Rückweg. Alles mehrfach. Also bitte jetzt nie in zwei Richtungen ausschwärmen, sonst sind wir am Arsch. Ja, bitte immer nur ein Gegner pullen. Ja, gut, das funktioniert nicht immer, aber zumindest nicht in zwei Richtungen. Ja, ja, das war schön hier. Immerhin mal ein ruhiges Gebiet. Schön. Ich beschwär mich nicht. Schön gar nichts. Naja, das war halt, wie immer, der Rückweg. Wie jedes Mal, wo wir hier drin waren. Du kennst mich noch vom Matchfight, du weißt, wie gut meine Orientierung ist. Gar nicht gut. Gar, gar, überhaupt nicht. Deswegen mach ich den Komplimit auch nicht, weil ich mir nicht merken kann. Oh Gott! Oh, das reicht schon, das reicht schon, das reicht schon, das reicht schon. Und zurück, und zurück, und zurück. Oh, und alles sind Geister. Ich bin gleich wieder down. Leute, ihr müsst das zu zweit zaubern. Ich kann nur heilen und sterben. Ja, aber sie fokussen halt gerade wieder Garuga. Sorry. Also, die einzige Möglichkeit ist, wenn sie Oli fokussen und ihr dann zaubert und ich heile. Ich glaube, ansonsten... Wenn halt... Hä? Toll geheilt. Ja, ich kann halt nicht alle heilen, ne? Ja, auch nicht. Ein Gealer muss das können. Ja. Ich will mal nicht... Läuft toll. Das hat nicht funktioniert. Deswegen war das aber bloß wieder zu wiederbeleben, schätze ich mal. Ja, da wären wir drauf gewesen. Ach. Sorry, Garuga, aber es ist halt... Immer wenn ich gerade eben über deinem bin, dann versuche ich loszulassen, aber dann wirst du halt auch wieder getroffen. Alter, das wurde zuerst losgelassen. Die rennen aber auch die ganze Zeit rein und raus, ne? Ja, ich bin tot. Oh, war knapp. Oh, wie gesagt, das Schlimmste ist halt eben, die rennen rein, töten einen und rennen wieder raus, ja. Okay, ich brauche neue Phönix-Federn drin. Ja, voll im Rücken. Hallo. Das ist so, es funktioniert nicht, dass du heilst. Wir brauchen mehr Möglichkeiten auf Magie. Aber... Ja, aber die Frage ist, ich habe keine Engel. Weiter zurück, weiter zurück, komm schon, weiter zurück. Das ist totaler Blödsinn, weiter zurück. Wir, wir machen Rückzug. Wenn einer kommt, dann können wir, aber das ist total bescheuert, was wir gerade tun. Vielleicht sind die jetzt mal wenigstens... Wieso haben wir jetzt mehr Gegner angelockt, weil wir zurückgelaufen sind? Das ist ja wesentlich, wer diesen ganzen Scheiß da macht, das nicht der Goblin da liegt. Jetzt habe ich auch keine Phönix-Feder mehr. Ja, das war die Gift. Die Giftsache immer. Also, jetzt ist er weiter tot. Das, äh... Oh, ich habe auch keine Phönix-Feder wieder mehr. Jetzt. Süß. Oh! Ey. Kannst du hier eine Phönix-Feder von Garuga erstellen? Ich könnte auch eine casten, aber... Oh, Klopapier verfolgt mich. Und wieder down. Oh, so viel Schaden. Okay. Nee, der Goblin ist nicht tot. Das ist Vita. Vielleicht ein bisschen was. Oh, mach. Und wieder down. Ey, das ist so dumm. Du bekommst die halt nicht lebendig. Okay. Jetzt haben wir sie gerade mal ein bisschen verloren. Ein... Ja, dann stehe ich ja wieder vorne. Ey, einer ist lebendig. Mach den fertig. Der macht nämlich so viel Schaden auch. Nein, das ist das falsche Ziel. Oh, der ist wieder nicht lebendig. Wow. Ich habe keine Phönix-Feder mehr. Kannst du die kaufen? Nee, ich habe noch 90, aber nicht mehr im Inventar. Ach so, okay. Irgendwann werden wir das auch Probleme haben. Ah, so viele Dungeons haben wir nicht mehr. So schlimm können die Dungeons nicht mehr werden. Ach so, komm, der Mager. Also, ich sehe nur, dass ich jetzt schon die zehnte verbraten habe in dem Dungeon. Ja, aber nicht jeder Dungeon ist ja so. Ja, das war ein One-Hit. Das war halt ein One-Hit. Zwei Gegner haben mich getroffen, tot. Es ist hart lächerlich. Ja, mal ein Gegner. Du kannst halt echt nicht mehr als ein Gegner pullen. Das ist aber vollkommen random, wie die Doppel Sanktos. Ja, ich weiß aber auch nicht. Wir sind jetzt noch weiter zurückgegangen, ne? Oh ja, oh ja. Okay, Geisterboi ist tot. Nee, ist er nicht. Doch, er ist untot wieder. Ja, aber wie viel halten die denn aus? Und ich bin wieder da. Ich habe halt auch echt keinen Engel. Und wieder tot. Habe ich noch eine Phönix-Feder? Packst du eine Phönix-Feder rein? Oder packst du lieber wieder aus? Entweder oder. Auch wieder Phönix-Feder reinpacken. Vielleicht wieder dauernd, weil es jetzt ein Kompon-Problem ist. Hauptsache, die Wink-Animation geht hauptsächlich an. Nein, oh Gott. Das war Gravity. Oh Gott, er haut mich ein mal. Und ich bin Fanate. Wie Gravity? Warum Gravity? Das war beinahe Gravity. Ach so. Wir haben halt auch nur einen Engel, ne? Ja. Genauso uncool. Wir versuchen hier gerade mal am Leben zu bleiben, aber das bringt nichts. Mann, dass eine Viertelstunde auf einem Fleck stehen. Was ist hier los? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Garuga, 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 komm schon. Nein, er war verboten. Ich stehe nicht nah genug dran. Nee, aber es war ja schon. Ich hatte ja schon gedrückt gehabt, deswegen. Ich weiß nicht, weswegen das nicht funktioniert hatte. Das war ja schon die Animation. Und warum stirbt dieser Goblin nicht? Der ist jetzt zum dritten Mal da und kassiert zum dritten Mal. Ich gucke mich aus, Mann. Das Schlimme ist, du siehst halt die Gegner noch nicht mal wegen diesem dämlichen Untod. Gut, das Problem hast bloß du, weil du auf Handheld schmilzt. Noch weiter zurück. Ich meine, wir können es probieren. Da kommen jetzt die nächsten Gegner, damit es einfach nicht los ist. Die verfolgen einen halt immer noch. Die, die, die haben keine Agro-Range. Der ganze Dungeon ist die Agro-Range. Oh, jetzt wird's besser, oder? Wir müssen hier... Wir haben keinen Gegner mehr hinter uns. Oh mein Gott. So, jetzt ganz langsam. Nein, 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 nein. Klopapier ist wieder da. Na komm, wir locken ihn in die Falle. Falle. Ja, los, halt raus. Ja, ja. Nice, sehr gut, sehr gut. Auf das Klopapier. Der nächste wieder. Der kommen alle wieder. Yes, Klopapier ist tot. Klopapier ist tot. Ja. Okay. Okay. Alles gut. Leute. Wir haben Gegner getötet. Das... Sehr schön, sehr schön. Nein, what? Okay, er ist tot. Der ist tot. Ja, ja. Nicht zu weit nach links, da kommt nämlich der andere wieder. Ja, ja, das soll bloß der Goblin sein. Den können wir erledigen. Ich werde trotzdem die Down-Kriege. Der ist halt genauso immun. Los, der Goblin ist gut. Ja, der stirbt halt nicht. Jetzt bin ich halt wieder tot. Ja, nein, mehr. Kommt schon. Okay, also ich hatte mich absolut getäuscht. Wir sind nicht bereit für diese Herausforderung. Ich glaube, Felix steht da. Achtung, da ist noch ein Gegner. Das ist noch der Goblin. Der Goblin ist noch im Leben. Ach, der castet diese Kacke. Ja, 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 ja. Der castet das. Ja, ich habe es nicht gecheckt. Ich dachte immer, es wäre es fertig gewesen. Oh, mehr Engel. Könnte sinnvoll sein. Ob das bringt, ist die andere Frage. Engel? Ja, schon, oder? Eben war das Problem ja immer, dass es eh keine zwei Leute gab, die casten konnten gleichzeitig. Egal, ob du Engel hast oder nicht. Ja, ja, guck doch mal. Okay. Das Schlimmste war halt einfach, dass sie alle untot waren. Ansonsten wäre das gar keine große Sache gewesen. Nein, nöger. Oli macht gar nichts. Oli? Sorry, ich muss gerade Eis essen. Gefahr ist gebannt auf zu weiß. Das ist eine gute Belohnung nach dem Kampf. Meinen Saniter? Ne, ne? Also, ich nicht. Ich glaube nicht. Aber das Gift geht nicht lange. Hey, für dich's wieder. Yes, endlich. Wie viel habe ich noch? Ich glaube, ich habe noch 89. Achtung, zwei Gegner, zwei Gegner. Nicht zu weit, nicht zu weit. Und ganz weit zurück. Ganz weit zurück. Hier reicht es schon. Ja, okay. Nur Pferdchen kommt. Sieht gut aus. Verdammt. Nein, da kommt ja nichts. Oh, da kommt das ganze Bataillon wieder. Zurück. Ah, wir können versuchen jetzt, Sanctus. Okay. Aufs Klopapier. Oh, da haben wir dann. Also, der ist auch wieder da. Der andere aber auch. Oh mein Gott. Ja, das war super. Okay, wieder zurück. Zurück, 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 zurück. Nein, keine Klümpfskartoffel. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg. Wir, die, vor allem, ja, mir halt aber hinterher will. Du gibst ihn halt gar nicht. Ah. Ich würde so gerne Vita raushauen, aber es ist auch so einfach. Ich kann kein Vita mehr raushauen. Was ist das denn? Was? Okay. Pferdchen? Nice. Die Pferdchen sind fast noch die angenehmsten, ne? Die bleiben aber bloß hinten und hauen ab und zu ein bisschen Zauber raus. Längst nicht so aggressiv wie das Klopapier. Okay. Aber wir werden besser mit diesen Encountern. So ein bisschen. Also man lernt schon. Wo man sich halt stark drauf einstellen muss, ist einfach scheiß drauf, ob du stirbst. Hauptsache du kriegst die Langdose rausgehauen. Ja. Damit jemand anders mal ein bisschen Schaden machen kann. Ja, nice. Aber der hält, glaube ich, zwei Sanktionen. Oh, sehr schön. Wunderschön. Oli, halbes Herz, kein Problem. Easy. Den heilen wir auch nicht. Wir haben drei Vita nicht getroffen. Wir wurden halt auch echt wieder bis zum Eingang zurückgedrängt, ne? Gott. Ja, okay. Taktisches Vorgehen. Ach, das viel. Das hab ich gesehen mal wieder. Hä? Das war Gravitas? Ja, weil zwei Magiezauber dabei waren. Wow, da wär beinah ein Koli-Rabber rausgekommen. Ein Koli-Rabber. Wo ist der, äh, wo ist der Wabbel? Ach da. Oh, der macht so viel Schaden. Ich hab vergessen. Der tut ja auch höllisch weh. Hä? Wieso haut der einfach ab? Keine Ahnung. Aber der danzt jetzt halt dahinten ein bisschen, ne? Okay, ich hau mal keine Magie mehr drauf. Ansonsten haben wir zu viel Elemental-Magie. Scheibenbar. Au. Okay. Kannst du jetzt drauf? Ja, okay, ist erledigt. Aber wie gut, dass der Goblin nicht getriggert hat, ne? Stimmt. So, jetzt dann locken wir dich mal ein bisschen. Hä? Na, wie fühlt sich das an? Mh, toll. Da kommen so ein paar Dudes für den Kelch und... Oh mein Gott. Leute, nicht alle triggern. Lass den herkommen. Ja, 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 ja. Wir müssen wieder ein bisschen zurück. Zu gefährlich. Oh ja. Können wir jetzt den Typen trotzdem klatschen? Keine Ahnung. Ja, aber da sind jetzt schon wieder mehr. Oh, wir haben zehn Leute hinter uns. Da haben wir zehn Leute hinter uns. Jetzt wird das nix mehr. Wir müssen zurück. Weiter zurück, Leute. Oh ja. Die blocken gerade so ein bisschen den Kelch. Okay, aber der eine ist wieder gegangen. Moment, den haben wir nicht mehr. Was? Warum bin ich jetzt? Schon wieder tot. Okay, der Koblen ist natürlich gut gesetzt. Wie kann man sagen. Weil wir nicht mehr走ern. Ich schaue. Das schra Stacy. Ja, 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 ja. Nein. Wir müssen ruhig. Er wird teilweise sein bis es nicht ging. Nice. Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, voll reingelaufen. Dann kann ich nicht mal gegenheilen hier. Ja, heilen ist hier fast komplett los. Nein. Na, fett. Jo, da macht einfach der Schleim und das Klopapier eine Kombo. So, noch weiter zurück. Wir gehen nochmal noch weiter zurück. Das bringt hier gerade wieder nichts. Sorry. Ja, ich glaube. Okay. Oder auch nicht. Okay, Schleim ist wenigstens weg. Ja, und dann bin ich halt außer Kelchreichweite und krieg das letzte halbe Herz dann auch mal abgezogen. Das ist so dumm, dass die mich bis auf ein halbes Herz runterklatschen. Ja, das ist halt echt ätzend. Ein halbes mehr würde schon reichen, aber das ist kein Elementar. Ja, 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 nice. Okay, jetzt haut drauf, Jungs. Einfach stunlocken. Yes. Okay. So, das waren auch wieder zwei Gegner. Also, man merkt, wir sind hier hart unterlevelt. Ja, die Frage ist, kann man sich hier überhaupt besser leveln? Naja, du bekommst in jedem Dungeon immer spezielles, äh, speziellen Stuff. Ziemlich sicher, dass du darauf angewiesen wärst. Oder dass die, dass die wollen, dass du das halt eben hättest. Schleim? Oh, ich hätte mich jetzt zuerst auf den Cerberus konzentriert, aber Schleim ist auch gut. Wenn er jetzt halt schon mal nicht mehr rundrot ist. Ja, okay, tot. Schleim ist tot. Sehr gut. Weil der Cerberus, der macht sonst ja nix. Eigentlich. Oh, wow. Ja. Soll ich mich direkt an ihm stehe? Äh. Der kann scheinbar auch eingefroren noch sein Feuer raushauen. Ist klar. Warum auch nicht? Na, da ist nur so ein Einerkopf eingefroren, ein anderer kommt raus. Okay, ist hier oben noch was, links ist noch ein Gegner. Ach, der kommt noch. Jucken uns die Kisten hier überall eigentlich? Nicht unbedingt, ne? Naja, es könnte schon richtig gutes Zeug drin sein. Ja, aber meistens, also wir müssten dann halt eben mal Zeug herstellen oder Zeug farmen. Richtig gutes Zeug, das hört sich falsch an. Vielleicht auch. Du bist der mit einem Kräutergärtchen, also. Äh, links sind drei Gegner und für eine Kiste. Machen oder nicht machen? Weiß nicht. Links. Weiß nicht. Ich mein, der Typ geht ja ganz gut. Der oben kommt, der oben kommt, geht zurück, der kommt, Klopapier. Oh, ich komm nicht zurück, Klopapier versperrt mir den Weg. Bitte, Roga. Okay. Komm, gut, das Klopapier. Ich tank das. Ja, auch nicht, wenn er keinen Bock hat, mich anzugreifen. Irgendwie. Engel? Engel, Engel. Ja, das ist abgehauen. Ich versuch, mich mal gegen den hier zu wehren. Ja. Und Klopapier hat mich gefördert. Rache des Klopapiers. Ja, das Problem ist, dass Klopapier sitzt dann auch hinter uns her und dann können wir nicht mehr casten. Ich bin tot. Yes. Wieder am Leben. Yes, den haben wir. Nice. Boom. Wenn das einmal nicht mehr untot ist, kann man das dann locken ohne Ende. Das ist halt schon gut. Mhm, mhm. Das ist fair. Aber du musst halt den ersten setzen. Ja, und bei drei, vier Gegnern ist es halt so wahnsinnig schwierig, ne? Die mal dann, äh, lebendig zu machen. Gott. Der Schaden. Erst tot. Erst tot. Und hat jemand einen Engel für mich? Dankeschön. Danke. Und den. Ja, der Typ sollte beinahe nicht sein. Der macht mir halt trotzdem auch viel herzlichen Schaden mit einem normalen Angriff. Ah, und ich bin vergiftet. Nein. Ach, du bist... Yes, ich lebe. Das ist eine merkwürdige Kamera. Ich lebe doch nicht. Ja. Vielleicht war es mit dem Leben eine Lüge. Ach, nö. Den habe ich gar nicht gesehen. Was macht der hier oben? Haha, wie er gegen den Kopf fliegt. Er ist zu dumm. Hahaha. Ich kriege euch. Ich kriege euch. Ich kriege euch. Ich weiß das. Oh, au. Au. Oh Gott. Au. Das war so eine Kelle. Hm. Vielleicht, das hat mir getan. Ah. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Den haben wir. Nice. Schönes Ding. Okay, Goblin ist erledigt. Der Ball müsste eigentlich auch gleich erledigen. Au. Okay. Der kann jetzt mal draufgehen und nicht die ganze Zeit losstunlocken. Ich habe es erfolgreich geschafft, mir meinen Bieter dreimal auszuweichen. Ne, ich habe auch erfolgreich geschafft, ihm dreimal sein Angebot, um erfolgreich dreimal auszuweichen. Ich glaube, das ist ein fairer Deal. Irgendwie. Yes. Stressig. Da muss jetzt was richtig Gutes drin sein. Phönixfeder. Oh, Verteidigung. Bohrer. Ja, ein Bohrer, den hatten wir auf jeden Fall. Ja, den hatten wir schon, ja. Party. Okay. Oh, ist das herrlich, ja. Wollen wir nach rechts? Ja, warum nicht? Das sind zwei Gegner, zwei Gegner. Achtung, 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 Achtung. Weiter zurück. Weiter zurück. Wir haben eine wahnsinnige Verfolgungsrate. Ich bin down. Oh, hier ist ein Geist. Geist. Nein, das war Gravity. Immer wenn ich versuche mitzuzaubern, gibt es halt Gravity, aber ansonsten bin ich halt komplett nutzlos. Ja, das war Vincent down. Der Fokus ist aber, glaube ich, auch Leute, die zaubern. Da habe ich so das Gefühl. Das ist auf jeden Fall nicht an der richtigen Stelle geworden. Ich versuche jetzt einfach mal, euch zu heilen, ne? Und ihr versucht zu zaubern. Hat das nicht getroffen? Ah, ne, doch. Das ist gar über. Da sind alle abgehauen. Dann halt nicht fängstig. Sollen wir noch weiter zurück? Gemach? Wie haben wir Gemach gezaubert? Hier war niemand mehr. Da war niemand, der noch Sankt loskratzen konnte. Beide abgehauen gewesen. Jetzt sind wir da und das ist nichts, weil... Ah, okay, das... Sucht's wie... Ich habe mein halbes Herz. Muss reichen. Ja, und dann stürmen die einen halt wieder instant an. Schlagen gegen einen zu zweit. Ich versuche sie zu... Irgendwie abzulenken. Oh, ich habe keine Königsfeder mehr. Klopapier lenke ich gerade eben ein bisschen. Ja, ne, du kannst halt auch nicht die Agro ziehen. Das ist halt das Problem. Würde sie ja gerne ablenken, aber ich wusste nicht wie. Nein, und da... Der rennt dann halt wie ein Affe auf dich zu. Das ist unglaublich. Ja, und das war wieder eine Kombo von beiden. War gar nicht stressig. Ist angenehm, ne? Haben wir jetzt noch einen? Nö, jetzt sind wir alle los. Da unten, äh, da ist einer. Okay, okay. Achso. Oh, das Klopapier kommt wieder. Das ist uncool. Okay, er ist down. Und bumm. Wieder aufs Gesicht. Nein, ja. Bei mir auch. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Ich sehe das Klopapier dann halt nie. Ich versuche mal den... ...Goblin hier zu töten. Vielleicht lässt der dann weniger rum. Ja, wir haben's. Nice. Oh, endlich. Und ich bin gerade tot. Okay. Bleib lieber in D3 und Grindr da. Na ja, ne, sieh's so. Geh jetzt einfach mit, äh... ...mit Standard-Equip in Qual 10. Dann hast du das Gleiche. Von dem her... ...ich bleib in D3 und Grindr da. Wie gesagt, äh, ja. Das ist halt... Wir sind halt gerade eben an einem Punkt, wo wir... ...viel, viel, viel zu unterlevelt sind. Definitiv. Weil... ...allein, wie viel der aushält. So normale Boblin. Ich bin auf Boss gespannt. Ah, der Boss könnte... ...könnte gut werden. Also, könnte... ...okay werden. Ah, Zerberus. Oh, da guckt mal auf die Karte. Oh, weh. Oh, schön. Oh, die Karte. Oh, die Karte macht mir Angst. Oh, ho, ho, ho. Überaus angsteinflößende Karte. Es kann auch einfach nur sein, dass er den Schwierigkeitsgrad einfach nur... ...wie wir's mal genannt haben, dumm schwer gemacht haben. Ach, wir nehmen uns einfach mal den Schaden und machen den mal 10. Und ich bin gleich nochmal mit dem Leben. Aha. Level 7. Ja, schon. Aber wie gesagt, ähm... Ähm... Wie gesagt, wir hätten... ...Tio, wir hätten die Möglichkeit, besseres Equip zu bekommen. Ja, aber... ...doppelt, dreifach so viel Schaden? Nee. Ich weiß nicht, wie viel Rüstung bringt hier. Gut, Schaden können wir auf jeden Fall mit Waffen noch mehr raus holen. Keine Ahnung. Ich mein, es ist sicherlich sehr schwer, ja, aber... Ähm... ...ich weiß jetzt nicht, auf was es ausgelegt ist. Weil das ist jetzt... ...es wäre abstrakt, wenn es so schwer... Ich mein, die Schwierigkeit dadurch ist allein schon gegeben, dass die ganzen Bieste halt untot sind. Das ist im Moment ja gerade das große Problem. Ansonsten können wir ja runterkommen, oh. Ich würde sagen, ich bin mit Fönixfädern hier rein, ich hab 56 noch. Äh, ja, ich hab auch schon 20 gefressen hier. Das ist, äh... ...ist schon so. Wirklich, ich weiß es halt eben nur nicht, ob man das als dumm schwer bezeichnen kann. Äh, weil... ...wir gerade eben nicht wissen, was den wirklich sich gedacht hätten, wie du hier reingehen sollst. Zurück und auf den... ...aufs Klopapier? Ja... ...muss mitbekommen. Oh, ich hab... ...mein Dings verloren. Schauen wir mal, wer uns verfolgt. Gar niemand. Toll. Ich versuch die mal anzulocken. Wird die jetzt alle da unten drin stehen, in diesem Durchgang? Guck mal auf die Karte. Das ist so doof. Heißt, sie hätten halt auch an der KI schrauben können, aber nö. Nee, Hauptsache Winter, Winterland, ne? Dafür war das Geld nicht drin. Dann vielleicht ganz nach rechts. Ja, vielleicht, ja, einer, einer, einer ist da, Klopapier ist da. Alle anderen sind so dumm. Nein! Ich bin geklatscht worden. Ist immer so knapp. Ja, und dann rennt er wieder auf mich zu und klatscht mir wieder. Ja, ich wollte euch heilen. Wow, war zu langsam. Ja, wir haben... ...wie auch immer das geklappt hat, wir waren voll daneben, aber... Ja, manchmal ist Hole hier sehr, sehr angenehm von der Reichweite. Uuuuuh, okay, ich hab's riskiert. Was?! Bevor ich wieder casten konnte, der ist mir halt direkt hinterher gelaufen. Nein, ich bin tot. Viel zu viele Gegner wieder, wir müssen wieder zurück. Ich glaub, da kommen wir halt auch nicht wirklich durch hier. Ja. Okay, Klopapier verfolgt uns. Ja, der ist noch weiter, sehr gut. Oh, ne, klatscht mir halt wieder auf. Ja, okay, der hat mega viel Leben. Sehr gut. Äh, normal können wir den ja one-side-eckle hin. Wenn du raufhauen kannst. Die Entwickler nur, wie soll die KI werden? Dumm wie Brot passt schon, ne? Wie eine KI. Wie eine KI. Hallo? Die hat keine Intelligenz. Schönes Ding. Phoenix Feder! Yes! So, noch Nachtmar und der Dings... Der Goblin-Boy, äh, ja, die KI hat schon mal aufgegeben. Hahaha. Kein Interesse mehr am Kämpfen. Was ich, ehrlich gesagt, immer noch nicht ganz checke, ist, was der Goblin überhaupt macht. Er macht eigentlich keinen Damage mit seinem Zauber, ne? Aber er hat irgendwie einen Debuff. Also, wir haben ja irgendwas um uns rum, diese Leder-Wolke. Er macht irgendwie auch wieder einen Debuff. Gefühlt. Hä? Joa, Sanktus war nicht durchgecastet. Ganz klar. Stand nur da. Wie war das... Wie zur Hölle ist das denn jetzt passiert? Wie war das letzte Mal, als nur du dann einen Zauber gecastet hast? War das bei Gravitas oder Sanktus? Okay, Nachmars... KI neu übersetzt mit keine Intelligenz, ja. Hahaha. Kortspferd. Jo. Den haben wir. Okay. Um, Kombon, um, Kombon, um, Kombon. Um, Kombon. Yesaa. Jaaa. Die Goblins halten so dermaßen viel aus. Ja. Unglaublich. Und deswegen gehe ich halt davon aus, dass wir einfach hier gerade eben nicht sein sollten mit dem Equip. Wenn schon die Goblins so viel aushalten. Äh... Wir sind... Eigentlich hätten wir die Truhe nur alle mitnehmen können, oder? Achso, ja, stimmt. Wir können nochmal zurück. Wenn wir wollen. Ist ja jetzt zum Glück... Zum Glück respawnen die Gegner ja nicht. Ich... Ja, das wäre... Hahaha. Den Loot sollte man schon abholen, soviel wir gekämpft haben. Also... Nochmal zurück. Von Loot. Loot. Das ist der letzte Teil vom Goblin... Festival. Ich glaube schon. Ich sehe aber das Festi... In dem Wall noch nicht unbedingt. Hahaha. Ich auch nicht. Sieht halt aus wie der normale Goblin-Wall. Es ist halt der Abfuck-Wall. Toten, 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 Toten. So, Eis leer. Alles gut. Nice. Sehr gut. Jetzt können wir den mehr verlieren. Den haben wir nicht aktiviert? Oder kann man das erst von der anderen Seite? Den kannst du, glaube ich, erst von ganz oben aktivieren. Ich weiß nicht, ob wir dazu die Muße haben. Ja. Ja. Ja, wir wollen. Bitte. Hier waren wir ja schon. Können wir das da öffnen? Oh ja. Ja. Hier unten gibt es auch noch einen Gegner. Ja. Da kommen wir schon mal drauf. Ich meine, da ist dann die Kiste. Aber wo führt das dann hin? Eigentlich nirgends, ne? Glaube ich nur für die Kiste. Weil die Kisten sind ja auch massiv reduziert worden. Ja, da ist ja schleimig. Ja, bleibt so stehen. Immer so stehen bleiben. Da ist keiner. Ja, ja, ja. Was? Das hat nicht funktioniert. Was? Nein. Warum hat das jetzt nochmal getriggert hier? Ach. Sorry, ich bin es nicht gewohnt, dass ich es auslösen muss. Da, dammit. Hä? Warum hat das jetzt... Holy Ra! Angstbar! Ja, okay. Okay. Schick. Das können wir das nächste Mal auch gerne casten. 400 Geld. Okay. Das klappt halt nur gegen einen Gegner, weil ansonsten immer mindestens zwei von uns irgendwie tot sind. Schicke Kiste. Ne, Mitril. Ne, Elektrom! Ne, Elektrom! Was ist das denn? Ui! Boah, Elektrom. Wow. Jetzt geht's rund. Ja, da kann man helfen. Voll zu bald raus gemacht. Ich glaub, da gab's keine Kisten mehr hier unten. Ich glaub, das ist ansonsten alles. Ja, das war schon traurig, die Ausbeute. Aber es war Elektro, wer weiß. Es war Elektro. Na dann, weiter geht's. Ja, nicht nach hier, oder? Doch nach hier. Doch, nach hier. Achso, die Küste hätten wir noch. Aber die können wir später holen. Die können wir später mit dem Rückweg holen. Aha. Die Möglichkeit mit dem Kanal-Punkte-Boosten gab's nur am Sonntag? Oder nur am Wochenende? Ja, ich denke nur einmal in einer gewissen Zeit. Bleibt das einmal pro Monat oder so. Okay, ja. So eine Challenge. Und das ist ein Tag nur? Äh, zwei Tage lang. Also du musstest halt in diesen zwei Tagen 52.000 Punkte sammeln. Wow. Das war die Challenge. Und hast du die zusammen bekommen? Ja, ja. Die haben wir am Montag tatsächlich noch. Sehr gut. Oh, komm. Friere. Soll ich nicht nach rechts gehen, weil da ist noch das Pferdchen. Ja, Pferdchen. Okay. Der Skelettmann ist... Oh, jetzt haben wir ein Problem. Oh, ja. Das ist hartes GG. Falls irgendjemand zum Kelch kommt, sollte er ihn so schnell wie möglich mitnehmen. Wobei ich nicht mal weiß, ob das geht. ja ob wir den entwischen können schau mal vielleicht wir haben einen der denkst du so nö ich hab gar nichts man sind das viele gegner hat keiner gesehen dass ich so ist das also es ist ein teil des mobbingkreis teil des schiffs teil der crew egal wie viel leben du hast gesehen dass der drachenleute bei kevin wolter ein interview hatte natürlich dass er samstag wieder runter nimmt also heute ok wie man das interview gehabt mit kevin wolter hallo du sie unterm stein sagt er ja heute auch nicht df ist nun ich glaube so aus der youtube bodybuilder szene okay das muss ich nicht kennen hallo wieso kennst du nicht warum warum steht der kelch auch halt wieder dort oh wow wann lernen wir es jetzt können wir engelkasten auf den ja ich muss mich jetzt mal hier wieder und da ist er das muss ja kein begriff sein laug tv gibt es ja auch noch hallo ja klatsch mir wieder ein ich hasse diese geister das war knapp und das war wieder vergiftet und ein halbes herz ist eine ganz schlechte kombo hat man gehört wieso wieso man nicht einfach ein paar zauber auf seine knöpfe legen kann optional das war kaum ja warum bin ich jetzt fast geschaut ja 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 die das ich bin ja ich bin ja jetzt streaming ja ja Okay, Klopapier kann noch sehr viel aushalten Tut mir leid, ich dachte Es wäre halt beinahe down Ja, gemacht Mach mal langsam Klopapier Ich hab noch Alles, Junge Ah, es ist noch die Totenstadt da, ne? Die mach ich nicht mehr Fertig Okay, der ist tot Gott, diese Effekte Ja, das sieht man halt auch nur dozent Wo die Gegner sind, ne? Also wir sollten vielleicht auch einfach mal In die Stadt gehen und gucken, ob wir überhaupt Irgendwas haben, was deutlich stärker wäre Aber wir haben doch alle zu Du verkaufst einfach als Lebensmittel Dann geht das schon Okay Hier, dein Brutzelpilz, den konntest du ja auch Auch backen und als Rüstung anziehen Wow, es leckt halt zu Tode, wenn die beide zaubern Wie bin ich gestorben? Ich weiß es nicht mal Oh, ich hab auch noch keine Föhne Irgendjemand Danke Ich will nichts geben, dass wir noch eine Sachen legen So, Stein, ob das denn Nein Das Herbrus hält aber auch wahnsinnig viel aus, ne? Maske nicht vergessen Au, Gott Ja, mal zu one-hittet mich halt einfach Stirbst du jetzt mal? Freaking Hund Das Ding geht doch Ist das auch ein Geisterhund hier? Oder die anderen haben nicht viel ausgehalten? Nee, er ist tot So, jetzt gruppieren, nicht nach oben rennen Nicht nach oben rennen Gruppieren und überlegen Bitte Gruppieren und alle nach oben rennen Ich versuch mal eins holen Ein Na, dann mach mal Ja, hat gut funktioniert Ich bin stolz auf dich Einer ist gekommen Da lag aber Obst Ach ja, wenn's um Obst geht, dann Da rechts sind zwei Zuerst in einen Okay, wir haben das Klopapier nicht gefickert Nice Ich treff nix Hä? Ich auch nicht Ich treff Was ist hier los? Das Spiel kaputt Die Nahkampfattacken von dem Machen so viel Schaden Du hörst jetzt wohl auf rumzufliegen Oh Gott, das Klopapier Das rein kommen will Und das macht La Ola Wow Den Weg freu ich mich schon mal richtig Ja, den Weg machen wir glaube ich nicht Der ist glaube ich optional Halt nach oben, da war wir gerade Nee, Mann, da geh ich nicht hin Ja, nee Das müssen wir halt echt nicht machen Ach komm, wir haben den Dungeon schon fast komplett geschafft Da können wir den Kacken Ja Wo siehst du den Dungeon schon als fast komplett geschafft? Hä? Warum ist das jetzt einmal zurückgesetzt worden? Das ist halt geil Holy Ra Warum ist ein Geier? Hat das nicht gekocht? Ja, die hat noch ihre Erfindung ist ja schön Holy Ra Und es trifft halt gar nicht so Holy Ra Jetzt hat Sanktos mal wieder nicht gecastet Ehm gut Jetzt bin ich gleich wieder tot Weil das Klopapier mich geklatscht hat Jetzt bin ich tot Hey Mann Das ist so dumm Und es sind halt immer nur dieselben drei freaking Gegner Nein, das war so knapp Wenn es immer dann nämlich falsch geht Drei Leute versuchen, was ist das Sanktos zu machen? Dann kriegen es nicht hin, weil sie die ganze Zeit abgeschlossen werden Du kannst aber halt bei zwei Gegnern, die dich dauerstunnen und nahezu instant killen, halt auch hart vergessen Vor allem, weil die halt immer abwechselnd auf die Leute gehen Da musst du vorausahnen Ich habe dabei gestorben, wie ich mir Phönigfedern immer in den Tagen mache Oh, wieder Ist ein nicer Tod Ja, wir müssen zurück, 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 zurück Dankeschön Jetzt drauf Jetzt alle Mann Go, go, go Sanktra Sandra Sandra Sandra, rette uns Oh Gott, ich bin tot Der hat dir mal quer rücken gestochen Wo ist ein Klopapier? Ah, Klopapier ist tot, okay Die gehen nie zweimal auf einen NIE Ich glaube, es ist noch zu früh, um solche vom Hut im Land zu stellen Put, 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 Skelett, man Put, 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 hallo Der steht da oben Es juckt ihn halt nicht Oh Gott, es juckt ihn Es juckt ihn Es war ne Falle It's a trap Wir haben ihn Wir haben ihn in ne Falle gelockt Nice Ja, jetzt Komm schon Okay, er ist tot 400 geht Reiche Reiche Skilett, Mann Ja, das war notwendig Das ist immer geil Schöne Katzen Scheiß auf den Kelch Hier haben wir auf den Goblin Olli Tschüss Okay, ich halte mich dann doch mal Ich dachte, dass wenigstens irgendjemand den Kelch mitnimmt, ne? Ja, ich cast die ganze Zeit entweder Blitz auf den Goblin, damit er gestunt ist, oder wieder auf euch Also Komm hier nicht um das Lagerfeuer rum Okay, er ist tot Ich hab grad nur einen gesehen, der irgendwie rechts rum gestanden hat Was? Ja? Ja, was? Okay So, freut euch schon neulich auf den oberen Weg Das sieht richtig lecker aus Hi, na? Hohohoho Wie kommen wir denn jetzt eigentlich nach ganz oben? Naja, links und dann nach ober So wie immer in diesem Wald Nein, hoch Hoch, hoch, hoch Hoch, 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 hoch Liebe, liebe, liebe Ich bin jetzt im Weg nicht der Einzige, der verwirrt ist Jetzt hier durch Ah ja Richtig Er will mich Alter Dieser Sound Nein, warum zweimal? Kein zweimal elementar Oh oh Das alte Klobock Und wieder down What? Ich war in der Zauber-Kombo drin Da mit Vita Wie dumm war das denn? Gut Das hat nicht funktioniert Hey, warum hab ich da Ey, jetzt schlachtet uns halt einer von diesen Typen ab Meine Ansicht nach hab ich gerade einen One-Hit bekommen Das kann vielleicht sein Ja, Gift ist hier halt auch noch im Spiel wegen dem Goblin Nice Wir haben es geschafft, alle wieder nicht Oli zu halten Oli hat irgendwie so einen Schutzwall um sich herum Nein, das ist kein Papier Oh mein Gott Okay Okay Wir stellen uns hier rein und zaubern ums Eck Ja Warum Warum versucht man über abgründe zu Warum bin ich gestorben gerade? Äh, wegen nem Gift? Oder wegen nem Gift-Zauber? Äh, wegen nem Gift? Oder wegen nem Gift-Zauber? Wie hab ich wieder an jemanden gehalten? Okay, die Taktik funktioniert nicht, sorry Oli muss anlocken Wir haben gut gesehen, was passiert und Oli versucht anzulocken Ja, haben wir doch Genau, zack Hab ich gut gemacht Hast du total gut gemacht Ne, ich bin so gut getrunken Ah, das hat uns doch nicht Wir müssen nochmal casten Ah, komm Hab ich noch? Ne, ich hab noch Ne, ich hab nicht Ne, ich hab nicht Wurde er gehalten Wie ist ein Geist, hat der Geist gerade über mich geschlagen Über Oli geschlagen und mich getroffen Er ist ein Geist Das ist so dumm Warum hat das nicht getriggert? Ich versteh das für mich Ich hab getankt Oli Ich hab getankt Oli Das war wichtig Nice Wir sind beinahe durch Beinahe durch Down Ne, doch nicht Das Gift ist doch gelassen Großzügig Ja Aber Klopapier ist immer noch nicht down Warum zum Geist hat das 2 Cycle jetzt ausgehalten? Ich glaub, weil wir nicht alle komplett draufgehalten haben Nein Wir haben aber nur schlecht drauf gehauen Yes Schönes Ding Okay Und um Guten Tag Das Problem Ich versuche mit dem selber auszuschauen Das Problem ist halt, dass der Goblin gerade eben nicht nur die Debuffs macht, sondern halt Gift Das haben die anderen Goblins nicht gemacht Oh, wir sind alle 3 tot Sozi Aufpassen Äh, was tust du? Das brauchst du jetzt, tschüss Okay Okay Ich kann nix machen Was? Jo Geil Hat der, hat der Goblin einen Instant Kill? Glaub fast schon Aber ich weiß nicht, wie er bei Garuga ist Dadurch, dass er in meiner Phönix-Feder drin ist Ja, das geht wieder Ach, das geht Das ist cool Dankeschön Ja Aber ich hab auch keinen Engel Ja, ich pack mir auch direkt wieder Phönix-Feder rein Irgendeiner von den beiden macht hart Schaden Ich glaub fast, das ist der Goblin Das ist der Goblin Das ist der Goblin Ja Und deswegen ist der Kampf auch so viel schlimmer Weil der Goblin uns jetzt halt auch massiv Schaden macht Alter Ich hätt halt echt nicht gedacht, dass der Dungeon noch schlimmer werden kann Alpha-Goblin Dunkler Alpha-Goblin Meine Axt wartet auf deine Fratze Okay, Goblin ist tot Gar nicht, taun Nice Das ist so dumm Das ist so dumm Das ist so dumm Ja, das ist so dumm Hier, mal guck, wenn reingefroren wird Okay Yes Da ist er Der Traum dabei Okay Okay Langsam pullen, langsam pullen Ja, runter, 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 runter Der verfolgt uns So, Fluffy So, Fluffy Du hältst mir jetzt die Nein, what? Wenn zwei kommen, hab ich das Problem, dass es dann wieder neu getriggert wird Sandra Was machst du? Warum läuft er weg? Feige Why are you running? Ja, das ist schade gewesen Wo ist die Klopapier, Leute? Oh Gott, ja Ja, 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 wir gehen wieder weg Bye, bye Okay, Klopapier Ja! Haben wir Klopapier? Ja Nightmare ist noch hinter uns, aber Vielleicht kriegen wir Klopapier Klopapier ist tot, Klopapier ist tot Yes Deadman ist noch da Ja Wo bin ich denn? Ich sehe mich nicht da So war's tot Ja Solltest du nicht mit dem Handheld spielen? Au, ich bin voll fängstig So, den haben wir auch Ja Deadman ist aber halt noch da, aber Nightmare sollte geben Ja, bye Ferdinand Ich nehme mir jetzt demnächst auch nen Vita, ich werde überhaupt nicht mehr geheilt von euch Weil wir zu 90% der Zeit tot sind Ja, das Problem ist, wir haben meiner Ansicht nach beschlossen, dass es wichtiger ist, Sanktos zu casten, als die Leute zu heilen Ja, da macht's keiner Natürlich will ich dann einfach lieber ins Inventar packen Ja, das war wieder ein Instakill Wir müssen wieder zurück Weiter zurück Aaaaah, ich kam nicht zurück Aaaaah, da kam die, der Snipe entfernt Oh, ja Ja Sind wir Oh, bitte kein Teamwipe Bitte kein Teamwipe Bitte kein Teamwipe Bitte kein Teamwipe Bitte nicht als Teamwipe Nice Komm jetzt bitte zurück Ganz weit zurück Zurück, 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 zurück Ganz weit zurück Für den Kelch Sorry Olli Ja, ich habe gerade Phönix wieder gemacht. Ja, aber ich musste da mal weg, weil ansonsten, weil das war kurz vor dem Team-Vibe wieder. Okay, Goblin wäre da. Goblin hat noch Aggro. Ich glaube, alles andere nicht. Ja, Deadman. Oh, es hat alles andere noch Aggro. Nicht alle rein, nicht alle rein. Das ist eine schlechte Idee. Ja, ja. Ah, die stehen da halt zu dritt. Oh, komm da. Einer, der im Rettbeweg. Aber wären die echt stärker? Das kann doch nicht sein. Oder ist es dieser... Nein, Pferdchen! Oder ist es der dumme Goblin? Komms, Pferdchen. Nice. Pferdchen hält nicht viel aus. Hallo? Pferdchen hält nicht viel aus, habe ich gesagt. Okay. Oli, wo bist du? Da. Nice. Auf Polzen nicht die beste Idee. Ich konzentriere mich nur darauf, den zu stunnen. Ja, ja. Okay. Haben wir. Weiter nach oben. Da sind beide da. Iiii, unten, unten Gegner. Da ist Pro Papier. Oh, Papier. Er ist durchgelaufen. Jetzt kriegen wir den mal One-Cycle. Bin gespannt. Zwei Leute down und ich bin halb down. Das ist die Magie von dem Typen. Der Giftzauber, der macht dir irgendwie sechs Herzchen Schaden oder so. Das ist so lächerlich. Wir dachten zuerst, das Blumper ist heftig, aber diese, diese zweiten, die anderen Magier, die sind viel zu krass. Ach, es ist immer das Falsche. Caste ich Engel, castet ein anderer Engel. Caste ich Feuer, castet jemand anderes Blitz. Besser als auch Feuer. Ich bin wieder geklatscht. Ja. Die läuft mir aber auch immer doppelt hinterher und dreifach. Das ist keine Ruhepause, weil ich mich nicht habe. Okay, ist durch. Sehr gut. Ach, wie er mir noch hinterher gezaubert hat. Nee, das war noch mal ein Zauber. Danke. Äh, links hoch? Äh, wir müssen uns zuerst um die Viecher... Ja, wobei, vielleicht triggern wir den Rest nicht. Nee, ja nicht nach unten. Warum nicht? Wir hätten da hoch können, ohne sie zu triggern. Na, jetzt müssen wir es erledigen. Das ist ein Nightmare und, äh, ein Goblin. Ich versuche mal, den Goblin zu erledigen. Pferdchen ist tatsächlich fast das Ungefährlichste. Oh, wie es wegsnipet. Okay. Okay, das ist erledigt. Das ist... Ultima-Skript, okay. Ja. Das klingt mal mächtig. Ähm, wir sind jetzt... Nee, wir sind nicht am Anfang. Ach, wir können jetzt wieder einen Anfang. Stimmt. Gehen wir da kurz noch am Anfang? Da wäre ja noch eine Kiste. Wenn wir jetzt eh schon hier sind. Ultima-Skript. Du gehst ganz raus. Noch nicht. Entschuldigung. Also wieder anfangen, oder nicht? Ja, ja. Passt. Jetzt den Dantik belassen. Einmal raus ausgedacht. Nö, das war fast genug. Ähm, und Alexander und Muffin, vielen, vielen Dank für den Follow. Vor 25 Minuten, tut mir leid. Wir waren gerade etwas, äh, etwas drin. Sehr schön. Wir waren gerade sehr entspannt hier. Du hast den ignoriert. Ja, total. Ihn einzeln. Genau wie alle deine Follower. Das hat sich immer ignoriert. Spiel! Ich bleib mich jetzt selbst. Nice. Es dauert nur eine halbe Stunde. Ja. Wir werden Vitagar machen. Vitagar. Vitagar plus, plus drei können wir machen. Ne, Garuga. Das hat gut funktioniert. Ja. 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 Da sind wir nun. Vier, vier Idioten, die, okay. Die alle abwechselnd Vita-Casten. Nach oben. Wo laufen wir hin? Keine Ahnung, wieder zurück oder was? Ja, ja, wieder zurück. Nur den Kelch, ey, Megapod. Ja, da geht es vielleicht ein bisschen schneller. Außer wir stehen wieder alle vor den Typen in den Kelchkriegern durch. Ich bin noch ein Britannium. Freude der modernen Unterhaltung. Ja, so kann man das nennen. Das ist absolute 2020-Unterhaltung. Das sind so arme, um sich Phoenix-Federn zu kaufen. Das? Ähm, ich hab noch... Warte mal, wie viel hab ich noch? Ah, nur noch 41. Das ist natürlich... Ich hab noch... Ich hab noch noch... Äh, ich hab noch eine 60. Cool. Äh, 26. Oh. Ja, ich hab tatsächlich hier 70 Phoenix-Federn-Fahren. Das ist... Ja, aber... War halt echt verdammt schwierig. Tut... Tut mir auch echt leid, aber... Das war... Das war halt echt nicht drin. Irgendwie gescheit. Oh, das sind zwei von denen. Verdammt. Also hier müssen wir den Einmalschneid erledigen. Ich mach Dauerheilung. Gegen die Typen kann ich eh nicht viel machen. Ich kann nichts dann. Okay, äh, es tot, es tot, es tot. Ist mir doch egal, ob ich vergiftet werde. Ich bin eh ständig vergiftet. Gegen die Fett, die wir sind noch. Dann macht das auch nichts mehr am Ende, da drin zu stehen. Genau, vergiften ist egal, wenn du eh die ganze Zeit Dauer hielst. Werden sie jetzt gnädiger mit den Gegnern, oder wie? Nicht ein Cerberus, nicht ein Cerberus. Ja, ich versuche keinen Schritt weiter zu gehen. Ja. So kann man es natürlich auch machen. Diese Giftzauber tun halt schon so weh, ne? Okay. Ich versuche, halt, warte, 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 warte. Ja, okay. Das hat gepasst. Dann haben wir nur den Cerberus. Frick'n Cerberus, komm ran. Okay. Au. Oh, das Eis hat nicht funktioniert. Vorsicht, Leute. Vorsicht, Cerberus. Cerberus rastet aus. Hä? Wow, was ist hier los? Ganz toll. Ah! Wer hat das Wasser geschmissen? Ich hab das Wasser geschmissen. Ich mal gucken wollte, wie der da reagiert. Ich weiß, wie ich es auch... Weil gegen einen Gegner kann man das nicht machen. Ich weiß, wie ich reagiert habe. Eiswache. Nein. Erster. Ey, ein Fisch. Nice. Vier schicke Geselle. Und hier hinten gibt es wieder drei Gegner. Oh, Leute, weg, 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 weg. Also, einfach bitte reinrennen. Weg, 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 weg. Oh, ja, 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 ja. Einfach rein, einfach rein, einfach rein. Wo ist der Kelch? Let's go, let's go, let's go. Egal. Ah, Kelch, Kelch, Kelch. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geht alle weg. Ich dachte, es sind zwei, aber das wurde auf eins reduziert. Yes. Boss time. Das Globop hier hat mir einfach mal ein Bitch-Slapp gegeben für das halbe Herz im Bosskampf. Ich liebe das. Viel Spaß. Der Boss instant, aber bam. Ich weiß nicht, wenn die Herzen noch abgezogen, wenn du noch nicht, also wenn du noch am Runterticken bist, quasi, wird das noch abgezogen, wenn du durch den Raum gehst? Ich denke, es wird noch berechnet, ja. Aber ich weiß es nicht. Goblin Lord, okay. Hi. Oh Gott, ich hab sowas von Angst vor dem. Der könnte fies werden, ich bin gespannt. Der war auch in Stufe 3, glaub ich, schon gar nicht so ohne, ne? Die Sache ist, ich glaub, der wird gar nicht so fies, sondern seine Ads werden halt ätzend. Ätzend? Ätzend. Hi, na? Schick grüne Haare hast du. Ich skip mal, weil ich seh eh nicht mehr so interessant. Oh, was ist das? Ja, genau. Das sind die Endstage-Typen, die one-hitten können. What the fuck? Ich kann mich nicht heilen. Ich bin tot. Sorry, schaffen wir nicht. Jesus. Wobei, das sind nur Heile, also das sind nur Magier. Wir müssen die einfach mal irgendwie erledigen. Ich bin tot. Ja. Nee, das sind doch nicht nur Magier. Irgendwo müssen wir mal Sanktus reinhauen. Die hat einen Save-Spot gefunden, sehr gut. Definiere Save-Spot. Ich kann raushauen, wenn du einen Engel mit mir castest. Nein, verdammt. Ich weiß nicht, ob anders positionieren interessant wäre. Boah. Keine Ahnung. Das ist halt irgendwie das Durchlacken hier, das Engel. Ja. Warum hat das mich geschluckt? Okay, funktioniert. Ja. Ja. Da ist was durchgekommen. Ja? Oh ja. Ja, aber die schnibbeln einen halt instant weg. Die halten aber nicht viel aus, ne? Die äh... T-Y... Ja, komm, da oben! Pass das schon. Rasier mich halt. Scheiß auf Rita, Mann. Einfach die Phönix-Feder nachsetzen und dann wieder... Ja. Und einfach nur versuchen, Sanktus rauszuhauen. Ich sterbe schneller, als ich Phönix-Feder in mein Inventar packen kann. Es ist so lächerlich. Das ist ein fucking Streifenapfel. Nein, nicht schon wieder Streifenapfel. Haben wir irgendwas, ne? Aber wir haben die ein bisschen getrennt. Ja, da ist er. Da ist er. Au. Bin so schnell tot. Verdammt. Ah, die Reichweitenangriffe von denen. Hoppa-ba. Was für ein Abfuck. Ich finde das eigentlich schönes Gameplay. Ja. Das... Das ist die Inkarnation von gutem Gameplay. Ja, wir haben sie wieder irgendwie... Oh ja. Ja, der da. Der One-Hit-E-Dich auch nicht instant. Okay, ich hab mich getäuscht. Der One-Hit-E-Dich doch instant. Haben wir schon zwei besiegt, oder? Es sind so wenig... Nur noch da. Gefühlt. Die sind weggezogen. Ja, den haben wir auch. Yes. Wie viele Schaden haben wir im Bosch schon? Na gut. Das war immer der anstrengende Part, würde ich sagen. Die sterben halt auch nicht, weil sie nicht für den Levelbereich ausgelegt sind. Man kann die Phönix-Feder nicht kaufen, ne? Doch. Ja, ist okay. Ah ja, die anderen beiden sind auch schon tot. Nur noch der. Ach, schon? Ich bin ja nicht so sicher. Jo, die One-Hit-Night echt. Die haut mit der Glocke drauf und da war's das. Und wieder down. Halt! Nee, das musst du mal eine zweite Welle geben. Fuck. Weil wir bloß einen Schlüssel bekommen. Ahne, da hinten ist noch einer. Hä, wir haben eben noch keinen Schlüssel. Ach, die chillen tatsächlich da in den Ecken. Das war dann echt glücklich, dass wir die so auseinandergezogen haben. Okay, wir müssen entscheiden, zu welchen wir gehen. Wir gehen in Richtung eigentlich. Ja. Aber der geht geht. Ja, Karuga. Der andere war, glaube ich, schon gesankt. Ja, ja. Aber wir sind halt hierhin langgegangen. Wir müssen uns mehr koordinieren bei sowas. Das war zwar schön, dass ihr den Sanktus getroffen habt, aber... Nice. Ja. Das war's mit dem. Der gibt immer noch keinen Schlüssel. In der Situation, wo man nicht instant drauf geht. War Phoenix wieder sparen. Ja. Wäre ganz gut. Man sagt mir nicht, dass es noch mal eine Phase gibt. Yes. Fuck. Ja, aber es kommt noch mal Gegner. Zweite Welle. Macht euch auf die zweite Welle bereit. Schau mal Carsten. Irgendwo. Mitte. Carsten, ja. Gut, da hat er... Ah, da rechts einer. Rechts, 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 rechts. Schau den mal an. Ja. Nein, das war... Schade. Nice. Schönes Ding. Und der ist auch weg. Okay. Kommt noch mal einer längs. Okay, wenn die alle einzeln kommen, geht das. Also es kommt noch mal vier auf einmal. Das ist doch ein bisschen angenehmer so. Ja. Ja, absolut wachbar im Moment. Ähm. Der hat keinen Schlüssel fallen lassen, ne? Wie ist denn das Duck? Es gibt keinen Schlüssel. Ist er gleich hier gestorben? Der... Da oben rechts gibt es noch einen, der hat sich da festgebackt. Hier rechts ist noch... Rechts? Ja. Ja. Oh, ja, ach nee. Der ist vielleicht noch... Ist er festgebackt oder gespawnt gerade? Der war da oben irgendwo... Achso. Achso, der kam vielleicht von dem. Ich weiß nicht, wo die spawnen genauer. Ich denke in diesen Höhlen. Oh, von links kommt auch einer. Oh, da kommt der links. Okay. Ich gucke mal links. Links, links, links. Ah, ich custom halte dich mit. Der macht das gerade eben ziemlich gut. Könnte letzter sein. Ich glaube, wir sind auch gerade eben einfach nur schnell genug. Ich glaube, die spawnen nach einer gewissen Zeit, deswegen. Hm, ja. Deshalb waren die eben auch beinahe gleichzeitig, weil wir die halt auch gleichzeitig mehr oder weniger gekillt haben. Wie viel wollen denn hier noch kommen? Das ist halt echt heftig. Hä, die spawnen erst. Ja, der rechts... Da kommt rechts wieder einer. Pst, da können wir spawnen. Das ist halt schon... Naja, ne? Er liegt hier. Oh. What? Seit wann? Er ist da erschienen. Ja, die Frage ist... Hört das auf mit dem Nachspawn, wenn wir jetzt da hochgehen? Nein. Ähm. Jetzt auf den Typ drauf, ist mir egal, was der macht. Ja, 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 ja. Ich meine, können wir theoretisch machen. Ich glaube, die... Oh, die spawnen jetzt halt hier. Das ist das Problem. Müssen wir gucken. Kassiert der? Wir probieren einfach auf ihn zu kloppen. Keine Ahnung. Kassiert nicht. Oh, das... Alter. Okay, wir können... Wir können die Moves nicht tanken von ihm. Zumindest nicht, aber so dastehen. Und der versteinert halt auch noch. Oh, ach, das... Wollen wir die Viecher jetzt reingehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Shit. Au, das hat wehgetan. Wir haben da oben das Vieh. Okay. Ich bin eingefahren. Die werden wahrscheinlich relativ schnell nachspawnen. Ja, ich weiß halt nur nicht, ob die halt auch nachspawnen, wenn man sie nicht klatscht. Weil dann werden wir halt irgendwann... Achso, übermannt. Na, ich glaube, es gibt ein Maximum. Wie ist denn? Irgendwas haben wir gesagt, du hast. Aber nee, das war... Wobei. Ist ja schade. Oh. Oh, der down. Der Boy hält halt noch gut aus, ne? Hör auf! Das ist das Problem mit einem normalen Angriff. Versteinert der einen halt. Da kommen die Nixen nach. Ja. Also es bringt fast nichts, sie zu töten. Aber die kommen so schnell nach. Ach. Komm. Ich hab's versucht. Okay, da probier ich zu heilen. Jesus. Komm schon. Wir kriegen ihn irgendwie. Unter Aufwand von sehr vielen Phönix-Federn wahrscheinlich. Ist auch schön, ne? Du musst ihm eigentlich nicht hinterher, weil er sich so schnell teleportiert. Ja. Ganz toll. Jetzt aber schon... Ne, wir haben nur noch zwei Geister da, ne? Ja. Also die sporen, glaub ich, nicht mehr. Oh, der hat viel eben. Krass. Okay, wir können hier mal ein bisschen Schaden machen. Die Heilung. Okay. Ich glaub, mit dem Gegenheilen ist das hier ne ganz gute Taktik. Ich weiß nicht, ob's sinnvoll wäre, aber bloß in der Mitte steht. Engel für Olli, Engel für Olli, Engel für Olli. Äh, ja, hab ich, hab ich, hab ich. Okay. Alles gut, sorry. Oh, der kassiert so wenig. Ich weiß nicht, ob diese Debuff ist, dass sie weniger Schaden machen. Wenn ja, dann hätten wir halt ein großes Problem. Das ist genau, was da auch nichts macht. Ne, ne, das ist ein schwarze Zeug. Das die kleinen Goblins auch immer gemacht haben. Das ist geil so gut. Ja, ja, deswegen. Davor hab ich halt immer noch ein bisschen Angst. Weil wir machen ihm halt gefühlt gerade eben gar keinen Schaden. Aber warten, bis er hier wieder ist. Weil ihm hinterher zu laufen ist fast unmöglich. Ja, wobei, er importiert sich halt nicht. Okay, wir müssen ihm hinterher laufen. Ja, toll. Okay, ich bin nicht weg. Okay, er teleportiert sich ja. Jetzt wieder. Ey, die pieken ist einmal und ich bin tot. Ich kann nichts machen. Ja, die tun halt so weh. Und, video, tot. Ja, das war es nur so. Dann hab keiner mehr. Ja, mit respawnenden oder so schnell respawnenden Gegnern haben wir da halt auch gar keine Chancen. Vor allem halt mit Geistern. Wir bräuchten halt irgendwie Sanctus-Waffen. Zweifel, dass es sowas gibt. Ich eher auch, aber es wäre fast die einzige Möglichkeit, die wir hätten. Ah, der Meteor. Ja, der Meteor ist One-Hit-Kill, ne? Ja, ja, ja. Gute One-Hit. Auf den Weg, Snipes. Auf den Weg. Eeeh, diese Gesteinerung, ne? Oben, oben, oben? Ja, ja, ja. Unten, unten, unten. Kommt er nochmal? der links wir dauern hälfte haben wir ja wie hat mich das erwischt wieder dauern woher immer ich konnte in kälte ich meine früchte dann auch beinahe ich bin mal nicht es ist so lächerlich dass der einversteiner du kannst so wenig schaden machen ich meine wenigstens zauberte werden es nicht aber trotzdem zaubert nicht und er bleibt stehen ja schon aber wenn drei von uns versteinert sind ja trotzdem besser wenn kein geist da ist macht man irgendwie doch schaden ja ist richtig schon mal eigentlich sogar am besten dann nur auf euch drauf kloppt es macht halt auch keinen schaden deswegen die waren gerade ein bisschen ruhig na ja die haben solche ecken festgepackt aber jetzt sind wir halt mitten in den geistern wieder merkt man merkt man direkt oh fuck ich habe keine okay ich stand drin sehr gut sehr gut sehr gut also engelkarsten kannst du ja auch vergessen ja nee das ist nur rein über phoenix weder machbar ich habe halt auch nicht mehr so viele phoenix weder das ist gleich die top auf nach rechts und nach oben hier er er dort er ist ja wie die jucu in flashbrothers Ja, immer weiter draufhauen, die Geist sind weg. Ach scheiße. Wie DragonWalk. Und tot. Unglich. Oh Mann. Oh ja. Ich versuche mich irgendwie immer hinter ihn zu stellen, dass die Geister mich nicht bekommen. Aber gut. Wenn die Geister dich halt fokussen, dann ist es halt auch vorbei. Jo, zaubert einfach genau in unserem Weg die Kacke. Ich habe ihn. Ich habe ihn in einem Stunlock. Also in einem... Er haut mich Lock. Mach den fertig, mach den fertig. I tanked this. Ich bin langsam. Komm schon. Nein. Okay. Ja. Du spielst jetzt wieder da runter, wo die ganzen Geister sind. Dankeschön so ein Ziel. Weil du da gezauert hast und da Benni gleichzeitig durchmarschiert bist, hat nämlich geblockt und deswegen wurde ich vom Video auch gekündigt. Cool. Sorry. Danke. Ich muss ihn treffen, nicht die Geister. Mach jetzt endlich deinen Executor. Ja genau. Warum kannst du den Boss jetzt nicht mit 20% Leben noch killen? Das ist doch deine Geheimfähigkeit. Ich habe keine Ahnung wie das funktioniert. Das ist... Das ist so random. Ohhhh. Ahhhh. Bleib mir unbedingt gestern auf die Fresse. So. Keine Vögens wieder mehr. Sorry. Fangen wir schon. Fangen wir schon. Fangen wir schon. Oh, Alter. Dieser Video. Oh, shit. Der hat mich gerade nicht getötet. Wo ist er? Links. 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 Rechts. sind gar nicht seine Leben. Okay. 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 Er möbelt mich. Vermöbelt mich. Komm schon. Vermöbelt ihn. Komm, 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 komm. Hier ist es. GG. Oh, Gott. Oh, oh. Oh, oh. Oh. So großen Respekt, dass wir das geschafft haben. Absolut krass. Gott ist das dumm gewesen. GG. Wieder Gegenstände sammeln. Danke. Null. Gegner mit Spezialattacken besiegen. Ja. Dankeschön. Hä? Aber ich habe auch bis 87. Achso. Zählt das nach einem Tod oder wie? Das ist ja immer schneller als Pass. Oh. Ne, 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 ne. Das sind Dings. Erinnerungskristalle. Das sind, ähm. Hier. Wie heißt es denn? So Dekorüstung. Amidatia. Hannah Cool. Tristan. Oh, ich will Tristan sein. Ich bin Bootsfahrer. Gibt es da für jede Klasse 1? Ich glaube es gibt generell einfach. Also du kannst, jeder kann das glaube ich benutzen. Aha. GG. Oh. Magie plus 10. Jetzt geht's rund. Oh, ja stimmt. Dein Dings, dein Ultima, ne? Mhm. Nice. Wer war denn Jake? Jake sagt mir jetzt nichts. Tut mir leid. Hannah Cool. Hannah Cool ist halt schon nice, ne? Und wer ist Hannah Cool? Keine Ahnung. So, dann machen wir doch gleich die Totenstadt hinterher, hm? Das Dumme ist halt, Totenstadt ist auch Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, ist so. Was ist ein Stress? Die Frage ist, macht das überhaupt einen Unterschied? Was? Ob das Freitag, Samstag, Sonntag ist. Also ich meine, von den Zeiten her. Weil Olli kann, du kannst wahrscheinlich bis auf Montag, Dienstag gar nicht sicher sagen. Nö. Sicher gar nichts. Genau. Von daher ist es ja eigentlich wurscht, ob wir jetzt die Samstagslanges noch übrig haben oder irgendwelche anderen. Ja. Achso, ja, mein Jahr ist zu Ende. Oh. Krass. Naja, ich hab jetzt sogar einen Tropfen übergesammelt. Das achte Jahr geht zu Ende. Im Schutze der Nacht fiel ein Stern auf diese Welt hinab. Die Erinnerung verloren, ebenso wie der Kristall ihren lichtern Glanz. Finsternes stülpte sich über die Welt und Monster stiegen, stiegen empor, Entschuldigung. Näheres erfährt man in Scheller. Doch auch in der Wirklichkeit scheint der Meteorit mit dem Miasma und den Monstern in Verbindung zu stehen. Okay. Krasse Sache. Ich hätte das bloß für möglich gehalten. Puh. Das war ein Dungeon. Ich wollte jetzt mal die Gruppe auflösen, weil ich würde jetzt gerne mal in die Stadt gehen und aber gucken, wir haben ein paar Rezepte, aber gucken, ob wir viel, viel mehr Verteidigung haben können. Ja, das macht schon. Ich würde mich für ein Kostüm. Wo kann man das Kostüm machen? Ach ja. Weißt du, wo die Kostüme oder wie die Kostüme funktionieren? Ja. Glaube ich. Ach, das ist so ein Extrapunkt neben den Artefakten, nicht wahr? Ja. Kannst du dir da einfach auswählen? Weiß nicht, mal gucken. Oh, ich muss erstmal... Übrigens, Benni, erinnerst du dich an unseren ersten Hearthstone-Adventure? Ähm... Ja, grundlegend. Ja, grundlegend. Also in der X-Dramas, ne? Ja, genau. Bis grad bei WoW. Das ist jetzt seit zwei Wochen bei WoW. Classic Online. Oh, sehr cool. Ja, stimmt. Ja, ich hätte sie auch gerne nochmal gesehen, glaube ich. Aber... Aber ich schätze mal, längst nicht so anstrengend zu erreichen wie früher, oder? Ja, natürlich. Klar. Nichts ist so schwer, wenn du schon weißt, wie es gemacht wird. Ja, das ist das nicht. Stimmt. Deswegen ist es ja auch das wirkliche Classic-Feeling gewesen, weil die immer irgendwelche Leute sagen konnten, wie es geht. Früher musst du es wieder rein anfuchsen und das ist auch grad das, wie gesagt, was ich an Shadowlands gerade so feiere. Jetzt weiß grad niemand perfekt wie es geht. Und das ist grad schön. Ja, das glaub ich. Und 19 Federn, ne? Ich hab glaub ich auch das noch irgendwie 24 oder so. Äh, wie kann man auf der Karte sein Menü öffnen? Also sein, äh, hier sein Tagebuch? Ne. Ja. Wo man halt die Artefakte sieht und so. Geht das hier überhaupt? Ne, ich bin auf irgendeine Stadt gegangen. Ah, okay. Ah, jetzt reiche ich auch mal kurz nochmal. Also, was haben wir jetzt noch offen? Wir haben noch offen die Mine. Wir haben noch offen Tida. Wir haben noch Selepation. Äh, Totenstadt. Äh, Sumpf. Und, äh, die Wüste. Sechster an uns noch. Ja, also, ich hab mal ein bisschen jetzt nachgeguckt, was hier Waffen und Rüstung angeht. Also, ein bisschen was kann man noch upgraden, aber es gibt eigentlich nur noch ein wesentliches. Und das macht nur noch zwei, ne, fünf. Fünf Abwehr kann ich mir noch holen. Okay. Okay. Gut. Aber der braucht auch heftigen Shit. Einen guten Steinmarker. Hätte ich mir mal eben genommen. So'n Scheiß. Noch ein Elektrum. Oh. Und zwei Chronosplitter. Ah. Also, da müssen wir richtig, äh... Das ist schon ganz schön heftig. Ich wollt grad sagen, ein, zwei, nicht stärke. Klingt schon krass. Dann sind wir vielleicht... Und hat als Spezialfähigkeit Feugahieb. Das klingt auch nicht verkehrt. Feugahieb? Ja. Ja, ja, ja. Er macht einfach einen Schlag und dann kommt ein Feugahieb nachher. Genau solche Waffen erwarte ich halt gerade eben, ne? Ja, aber das wär halt auch wieder hartes Gefahr. Ja, klar. Adamantit, Höllenauge und Schattenkugel. Das sind halt... Und, was halt auch krass ist, die Waffe kostet 65.000 Gil. Holla. Ja, ich hab halt auch tatsächlich gar nichts. Was haben wir denn überhaupt alles bekommen? Ganz unten sind die coolen Sachen bei mir. Keine Ahnung. Oh, ja. Hier, Hexenschutz. Ja, plus sechs. Oh, der Hexensch... Ah, Sternensplitter, Elektrom. Ja, ja. Düsterschutz, Feuerresistenz. Vielleicht sind die Resistenzen auch wichtig. Keine Ahnung. Da hab ich ein bisschen was gekauft. Aber offensichtlich kann man auch viele Sachen parallel anlegen, hab ich den Eindruck, oder? Na, du kannst drei Sachen ja anlegen. Oder? Nee. Du kannst eine Rüstung und ein... Nee, von diesen Accessoires, sag ich mal. Ach so, weiß ich, nee. Goldkette zum Beispiel. Das ist ja nicht wirklich eine Rüstung oder eine Haube. Das ist ein Accessoire. Das zählt ja, guck mal, in deinem Inventar. Da stehen vier Punkte. Das ist ja dann das vierte. Stimmt, ja, aber da kannst du auch nur eins anlegen. Jaja, deswegen. Ist auch nicht massiv genial. Kann man die vielleicht... Kann man die imitierten Charaktere vielleicht doch nur nehmen, wenn du die richtige Rasse bist? Weil, hat das bei dir irgendwas gemacht, wenn du in der Stadt warst? Nee. Nee? Vielleicht im Dungeon? Hm. Das heißt, Bonus Regen, Regeneration, ich glaube schon. Ich schätze mal, dass du vielleicht innerhalb des... Hier des Zirkels vielleicht mehr Leben regenerierst. Okay, gut. Also die Sachen bringen zwar ein bisschen mehr. Ähm... Ja, die sechs Stärke dazu wären schon schön. Die sechs Verteidigung. Aber braucht halt harten Shit. Ist schon richtig. So wie es aussieht, gibt es auch noch eine Tasche nach der Goblin-Tasche. Oh. Und ein Emblem gibt es auch noch. Das hatten wir aber schon mal. Ein Vulkan. Stimmt das... Sonnen-Emblem? Irgendwie sowas. Ja. Okay. Würde Sinn machen, wenn es Erd, Mond und Stern gibt. Ich war mir nicht mehr sicher, in welche Reihenfolge es war, aber ich glaube schon. Miasma Rest Plus gibt es auch. Ach krass. Dass du weniger Schaden durch Miasma bekommst. Interessant. Okay. Wie sieht es aus? Weiter Dungeons. Weil, naja, wir haben jetzt ja nicht wirklich Zeug, das wir herstellen können. Ich hätte gerne Phönix Fee dann gekauft. Kann man das irgendwo... Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich weiß es nicht. Stimmt. Ich hoffe es... Da haben wir mal so einen Vierer Dungeon zum Abkühlen. Jaja, also ich würde jetzt nicht die Totenstadt machen. Bitte Dich. Ich würde jetzt vielleicht die Dings machen, die Minen sind glaube ich ganz chillig. Wir gucken gleich nach einem Vierer Dungeon. Aber das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich bin... Eine Minute weg. Ja. Ich war eine Minute weg. Habe ich was verpasst? Nicht unbedingt. Ich glaube, du kannst dir keine Phönix Federn kaufen. Das ist krass. Dann sind wir jetzt an einem toten Punkt angelangt, habe ich den Eindruck. Ja... Ja... Ich meine, in normalen Dungeons brauchen wir ja nicht so viele Phönix Federn. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe exakt noch zwei Phönix Federn im Inventar. Das ist gut aufgegangen. Das war einfach 70 Stück geburnt oder so. Ja, ich hatte irgendwie... Also ich glaube ich habe 80 oder sowas weggehauen. Und ich glaube ich habe noch 20. Das ist halt schon hart gewesen. Aber vielleicht war das auch einfach der dümmste Dungeon überhaupt. Vielleicht ist die Totenstadt tatsächlich angenehmer. Das kann man nicht sagen, aber... Ja, man müsste es probieren. Ich denke mal, dass die Tue für sechs Dungeons zumindest schon ohne viele Phönix Federn machbar sein sollten jetzt. Hoffen wir es. Wenn wir so ein Shit schon durch haben. Ich meine, wir müssen uns halt wirklich merken, dass wir nicht so große Gruppen pullen dürfen. Ja. Ich guck mal in Alphitaria gerade hin. Hauptsache nicht so viele Geister. Ja, wären das nicht so viele Geister gewesen, wäre der Dungeon so viel einfacher gewesen. Das ist halt die große Sache gewesen. Ja, das ist halt die Sache. Ich meine, du kannst ein Accessoire anlegen. Das ist halt auch ein bisschen Gulasch, ja. Ich habe jetzt halt das Stirnband für kürzeres Zaubern. Mhm. Und das ist halt universell. Ja. Und klar kann ich wieder eine Donnerresistenz anlegen. Aber seien wir mal ehrlich. Was eben in einem Dungeon hätte geholfen? Eisresistenz, Blitzresistenz. Ja. Giftresistenz. Wäre alles gut gewesen. Ich sag mal, Resistenzen bringen bloß was. Zum Beispiel bei hier in einem Eis-Vio-Look. Da wäre Eisresistenz gut gewesen. Ja, genau. Aber eben Gift vielleicht. Aber die anderen waren auch heavy. Ja. Ja, da war nichts genaues dabei, was du hättest nehmen können. Okay, hier scheint es auch nichts zu geben. Ich habe hier auch nicht noch einen Händler. Ja, ich glaube, hier war ich schon im Mogri-Haus. Ziemlich sicher. Aber ist ja eigentlich eh irrelevant, da wir ja nicht Solo spielen. Das heißt, Sticker bekommen wir eh nie zusammen. Boah, ich probiere mich nochmal aus, was es in Schella gibt. Vielleicht ist da noch irgendwas interessantes. Mhm. Da kannst du vielleicht mal nach dem Händler gucken oder so. Und halt nach Phönix-Federn. Ja, ja, deswegen. Gerade da. Das wäre super wichtig. Ich meine, mit zwei Stück fühle ich mich nicht mehr so ganz wohl, muss ich sagen. Verständlich. Definitiv verständlich. Ab nach Schellow. Yay. Das war in die falsche Richtung. Puh. Oh, wohin geht's? Ja. Zuerst von der Scheller. Von draußen vielleicht irgendwie Autogeräusche, die sich anhören, als wäre ein Boss aufgetaucht. Komische Autos. Was? Wohnst du in Marl? Ja, wenn es halt echt keine Phönix-Federn zu kaufen gibt, das wäre problematisch. Das wäre richtig doof. Ja, ja, ja. Scheint fast so. Jetzt gehen wir hier nochmal nach Scheller, aber wenn die da nichts haben, dann den Counter. Ich war schon bei Scheller. Okay. Und sonst hast du alles schon abgeguckt? Ja, in Marl ist nichts, in Alphitaria ist sowieso nichts. Alphitaria ist eigentlich so unnötig. Ich weiß nicht, Scheller ist richtig unnötig hier als Stadt. Scheller ist halt nur für die Accessoires. Das war's, ne? Ja. Mehr als ich. Obwohl, hier gibt's noch eine Sache. Äh, okay. Ich meine, zu den Dings kann man noch fahren. Na, Luda. Aber ich glaube nicht. Muschelseite. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass die unbedingt Phönix-Federn verkaufen würden. Vielleicht, weil es eine sehr späte Stadt ist. Jo. Hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, alle abzugehen macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ja, ja. Wenn wir das gucken wollen. Ansonsten müssen wir jetzt halt leichte Dungeons machen und hoffen, dass wir was bekommen. Du hast ja da ein bisschen Phönix-Federn bekommen, ja. Das ist doch auch Blödsinn, wenn du die dann farmen musst, oder? Dass es da keinen Händler dann im Late-Game gibt. Weil jetzt würden wir halt wirklich nicht so krass nach oben kommen. Gut, so zählt jetzt mit seinen plus 21 Stärke. Äh, das hört sich natürlich schon interessant an. Aber... Was aber auch nicht viel gebracht hätte, weil du musst halt einfach... Ja, klar. Sanktus casten. Klar. Das ist... In dem Dungeon sowieso nicht. Das ist... Der Goblin war... Weil war halt einfach schon... Der war schon dumm schwer. Weil halt alles voll mit Geistern war. Also, ich weiß nicht, wie viel die fünf Verteidigungen bringen. Das hätte halt wirklich was bringen können. Im Anbetracht dessen, dass die Sachen hier immerhin so ein oder zwei Verteidigungen gegeben haben, kann schon sein, dass das noch viel hilft. Möglich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich Verteidigung eben auf deine Herzchen auslegt. Könnte sein, dass das natürlich ein bisschen was bringt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es einfach minus gerechnet wird. Bis zu einem Herz und einem halben. Mal so. Du und mich halt. Ja, ja. Das ist komisch. Das könnte schon sein, dass es wirklich abgezogen wird. Aber ist wahrscheinlich doch nicht so. Ja, vor allem, dann wäre deine bisherige Verteidigung. Dann würden die ja irgendwie 23 Herzchen Schaden machen. Oder mehr. Das wären abstrakte Zahlen. Ja, ne, glaube ich nicht. Dass die dich alle One-hitten, wenn du die Anfangssachen trägst. Ich meine, wahrscheinlich. Aber halt, das wäre ja ein so massiver One-Hit. Ja, ist halt die Frage, ob das einen Unterschied macht, ob du 23 Schaden kriegst oder 8. Gut, mach das dann nicht mehr, aber es klingt komisch. Es klingt komisch, da gebe ich dir recht. Aber, wie gesagt, die kleinen Zahlen sind auch komisch. Ja, ist richtig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dann aber auch multipliziert wird oder so. Hä? Ist das jetzt Scheller? Nein, das ist Alphitaria. Glaube ich. Oh, das Schmieden hier ist halt auch so ätzend, ne? Du hast drei Schmiede in der Welt und jeder stellt bloß ganz spezifische Sachen her. Schön. Wenn du Scheller noch mitzählst, mit Accessoires. Du kannst halt immer so ewig rennen. Und dann gibt es keinen Schnellweg nach... Zu den ganzen... Zu den ganzen Städten. Ab dem Zeitpunkt wird das Spiel dann halt sehr langsam. Und zieht sich. Wenn du halt mal versuchst, irgendwas herzustellen. Geht irgendjemand gerade nach Lula? Ich warte einfach. Ich warte einfach nur. Okay. Ja, weil wir halt eben in Lula noch checken wollten, ob wir da Phönixfäden kaufen können. Äh, kein Problem. Alles klar. Da kann man ja von alle von den unteren Gebieten hinfahren, ne? Äh, ja. Ich will mir jetzt gerade noch eine Sache machen, mit der ich eine mehr Verteidigung bekomme. Ich meine... Wer weiß, was das bringt. Ein Herzchen. Vielleicht. In Phum gibt es auch keine. Ah, okay. Dankeschön. Phum ist ja eh komplett unnütz, ne? Die unnützeste Schaffung. Das Kuhrennen. Ah, okay. Welche Zivilisation hat das eigentlich gehört? Äh, das waren die, ähm... Was ist Garuga? Klavats? Nee. Sind das Klavats? Ja. Ja, müssten dann Klavats sein, weil Luda ist Selkie. Einige Früchte, die man zum Craften braucht natürlich. Pilze. Gebraten. Hä? Ja. Das ist ein Craft zwischen Pilze und Braten. Und Braten. Hm. Ein Pilzbraten. Gebratener Pilze. Wie viel bringt diese Abwehrfrüchte? Wie viel bringt diese Abwehrfrüchte? Das ist eine verdammt gute Frage. Äh, was sind Abwehrfrüchte nochmal? Sind das die Bunttrauben? Vielleicht bringt das was? Vielleicht bringt das was? Keine Ahnung. Vielleicht müsste man halt echt mehr Früchte futtern. Hallo! Okay. Oder halt ein paar geile... Ich mein, bei sowas hätte es sich wirklich empfohlen, dass man irgendwie Hast castet, bevor man in so einen Gegner reinläuft und dann... Bam. Ja. Wenn man eh jeden Kampf vorbereiten muss. Oder kann. Hätte dann bringen können was. Ja. Weiß ich nicht. Hass bringt dann auch wieder nichts, wenn du dann zuerst Sanktum halt casten musst. Bis dahin ist Hass dann wieder vorbei. Ja, ja. Aber du bist dann... Bist dann nicht auch ein bisschen schneller am Bewegen? Dann kannst du auch ein bisschen besser abhauen und kannst auch ein bisschen besser casten. Und wenn du schaffst schnell Sanktus zu machen, dann hast du halt gleich... äh... Einen guten Vorteil. Kann sein. Ich mein, wenn wir mal wieder die Möglichkeit haben, könnten wir uns mal probieren. Aber ich... Glaube, dass Hass halt wirklich bloß so kurz wirkt, dass es nicht viel bringt. So, ich guck mal nach ne Vierer Dungeon, ne? Liebe Freunde. Ähm... Tida wär noch vier. Klingt vernünftig. Äh... Oh, die Minen sind sechs. Ist halt nur noch Tida. Die Selepation ist fünf. Warte mal, in Luder gibt's einfach gar keine Waffen, die hergestellt werden. Nein. Das ist ja richtig gruselig. Die klauen sich nur Waffen. Ja, stimmt. Die klauen sich alles. Haben die Händler? Ne. Wir haben zwei Händler und der eine Händler verkauft... Die bist gut. Ja, so gegen... Also... Craft-Gegenstände. Bronze, Eisen, Mithril, Glas, Kugel, Edelsteine, was auch immer. Und der andere verkauft... Ja, diese Herstellungsskizzen. Mhm. Mhm. Okay, also auch komplette Mühe. Und das war's. Krass. Also gibt es tatsächlich keine Phönix-Vetern zu kaufen. Ja. Das ist heftig. Deshalb bringt man die auch immer nachgeschmissen in jedem Dungeon. Und wir haben uns noch kaputt gelacht. Jetzt wissen wir auch... Ist dann aber halt mies, dass es bei 99 endet, wenn es halt solche Dungeons gibt, ne? Wir hätten ja locker 130 haben können. Ja. Ja, das stimmt. So, ich hab euch mal zum vergessenen Dorf eingeladen. Das ist ne Vierer. Zum Tida. Oh, so. Tida. Wie viel haben wir danach eigentlich noch? Was fehlt uns denn noch? Uns fehlt noch... Äh, Minen fehlen uns. Selepation fehlt uns. Äh... Äh... Totenstaat, Sumpf und Wüste. Naja, stimmt. Oh. Oh. An Gesang kann ich mich hier nicht erinnern. Interessant. Sie ruft nach uns. Wo kommet doch. Wir Reisenden. Das nennt mich Arkanexium Verge. Äh... 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 Ja, das ist geil, ne? Kann sich erstmal Kaffee holen gehen in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht. Japp. Frühstück machen. Und da gibt's den Zauber. Boom. Ja, ist halt schon krass. Oben. He. Oben. He. So. Puh. Gucken wir mal. Ich hoffe, wir sind nicht auch Geister. Ich hab das Gefühl, dass Geister halt eben so die, äh... 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 Ja, halt die, die dumme Schwierigkeit vom Spiel sind, ne? So, oh, Geister sind schwer, also hauen wir Geister rein. Das, äh... Das hat sich im vorherigen Dungeon gerade so angefühlt. Das finde ich halt... Das war schon in der Totenstadt so, ne? Überall Geister, weil ist dann halt schwer. Ja. Na, das wär schade, wenn's so ist. Oh, Oli, wo bist du? Ja. Hat grad nicht funktioniert. Jetzt wird's verbunden. Und ins Fort Dance. Oh mein Gott. Letzte Phönixfeder. Ne, egal. Okay. Ich hab noch... Ja, ich hab noch 41. Du warst gut sparsam. Ja... Hat's gut funktioniert bei mir. Ähm... Warte mal, warte mal, warte mal mal. Was ist das hier? Da sind zwei Kisten, da ist ein Orb. Schön, dass wir den komplett... Eine Fie... What? Was? Krach. Cool. Wir können in die Vergangenheit gehen. Können wir das nochmal machen? Oder war das jetzt nur so ein... Ne, das war nur eins. Toll. Das ist shit, weil jetzt mal die Kiste nicht mitgenommen hat. Ja, es ist schön, dass wir halt eben... Ey, da stehen zwei Kisten und Orb. Erstmal wegrennen. Gut gemacht. Liebe Freunde. Ja, genau. Geht's wieder wissen können, dass das passiert. Entschuldigung. Ich hatte es auch nicht gewusst, dass es so schnell wieder weg geht. Aber wir hätten uns halt alle erstmal... Deswegen hab ich halt extra gewartet, um zu gucken, was da passiert, wenn alle da sind. Ja, das ist cool. Ja, das Vieh ist halt auf uns gegangen. Und wenn man dann woanders rum macht, wir wissen, wie das ausgegangen ist in anderen Dungeons. Naja, ja, deswegen hätte ich halt erstmal den Elefanten im Raum angesprochen. Und zwar zwei... Ja, aber das war schon mal Agro. Das war schon Agro. Das war nicht Agro, wenn wir einfach bloß alle da gestanden wären. Wir sind aber halt direkt nach rechts gelaufen. Aber ja, ist ja gut. Wir werden es schon überleben. War bestimmt bloß irgendwie Engel oder nochmal Vita drin. Und auch ne Königsfedern, ne? Ja, 20 Königsfedern. Da oben sind drei Gegner, können auch Skelette sein. Skelleboys. Königsfedern. Oh Gott. Oh Gott. Warum sind Zauberer einfach so massiv OP in diesem Stansens? Weil sie massiv schnell sterben. Ja. Hat halt jeder die Königsfeder unten? Ne, jetzt aber. Sehr gut. Und die Kürbiskartoffeln. Oh, wichtig. Die kleine Königsfeder. Kürbiskartoffeln. Okay, der Dungeon sollte machbar sein. Ja. Die Vierer Dungeons sind halt echt tatsächlich recht chillig. Die sind leichter als die Dreier Dungeons. Ahhhh. Das will ich jetzt nicht sagen. Erinnere dich dran, wie wir durch Dreier Dungeons durchgerannt sind. Was? Wie hat der mich getroffen? Wenn ich von hinten an den Rand stürme. Wieder Phönixfeder. Yes. Oh ja. Vielleicht müssen wir einfach 10 Mal Tida farmen. Hehehehe. Für die Totenstattern. Okay. Ahhhh. Ich muss das hier mal umändern. Okay. Ah, ist so schön, mal wieder gegen Gegner kämpfen zu können und nicht die ganze Zeit Panik zu haben. Hehehe. Das hat man halt echt schon vermisst. Joa. Okay. Ah, das ist echt ein guter Platz für Phönixfeder. War gut, dass wir's so rum gemacht haben. Jojo. Auf jeden Fall. Das wär'n die halt arg wahrscheinlich gewesen. Gute Nachtschu den Beheber. Was schaffen die anderen dann? Willkommen zu dir. Hallo. Was, was hast du denn da für Nemoet? Das sieht voll süß aus. Hehehe. Hat da jemand ein Sub geschenkt bekommen? Hehehe. Guck, gluck, 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 gluck. Was? Wir haben wunderbar, dass wir hier sprungen können. Oh! Okay. Ach, sehr cool. Ja, vielleicht müssen wir echt so Zeug mehr futtern. Keine Ahnung. Könnte helfen. Muss aber. Guck mal Feuer da drub. Gut gemacht, Chef. Hehehe. Aber der Chor war vorhin, oder der Gesang war davor noch nie da hier, ne? Ja. Das ist schon cool. Nieder in Tida? Nieder in Tida. Das muss bestimmt Sandra sein, die bei uns singt. Nein! Ich glaub's auch. Och, das brennt halt immer noch. Warum? Warum? Das ist die einzige Frage, die ich stelle. Hehehe. Warum? Ja, das ist heute beliebtes Motiv. Hehehe. Oh, das wird fies. Da müssen wir, müssen wir richtig timen. Einer muss unten den Orb aktivieren, der andere muss dann oben die Kiste holen. Zuerst mal machen wir aber den Boy platt. Hehehe. Das ist schön. Sozi steht halt am Eingang und castet hoch, dass niemand den kann. Ja, hoch Phönixfeder. Hehehe. 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 Garuga bereit. Hehehe. Let's go. Hehehe. 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 Das ist aber echt ne... Das ist ne... Die Phönixfeder hier ja. Okay. Kein sein, dass das Item auch verschwindet. Nee, nee, nee. Das bleibt. Das ist echt eine coole Idee. Es sind sieben Phönix-Federn wieder. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's ab. Ab zur Totenstadt. Ich hole mir die immer selber. Au, das ist von Odd Star Warne. Ah, ja, okay. Die sind super süß. Oh Gott. Ich wollte dich auch nicht so ziehen. Das sah zwar ne Magier aus. Das ist ja auch so. Zuerst auf den Magier. Wait. Hoppla. Also ich hab jetzt gerade nur kassiert. Ja, und das ist halt das Schöne. Du stirbst halt nicht, obwohl du nur kassierst. Ja, es ist machbar wieder. Das ist halt echt so ein so ein Abkühl-Dungeon. Oh, okay. Wo ist der Schrein? Wo ist der Orb? Der Orb, ja. Da unten vielleicht? Oh, ja. Okay, wie positionieren wir das am besten? Okay, ich da, ja. Einer hier unten und einer nach oben. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Okay, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Drachenjäger. Mit mir. Das ist halt so erbärmlich, ne? Wir brauchen mehr Elektrum, Leute. Das dachte ich halt zuerst so. Oh, hey, mehr Elektrum. Oh. Vielleicht doch nicht. Mehr Elektrum ist halt schon harter, harter Endgame-Shit. Ja, aber sind wir nicht im harten, harten Endgame-Shit? Ich mein, gut. Nicht bei Stufe 4. Es ist halt so deprimierend, ne? Runter? Da sind wir hergekommen. Die Mots sind echt süß. Sie sind super süß. Au. Okay. Schau auf nach mir zum Fuchtel. Au. Hörst du wohl auf? Es ist so lächerlich, wie viele man jetzt bekommt, ne? Hey, ihr braucht Phönix-Federn? Sag doch was. Äh, nach rechts geht's noch zu nem Kiste, ne? Oder ist es nur ein langer Umweg? Ich weiß das immer nie. Ich glaub, da geht's zu nem Kiste. Ey, da geht's, ähm, sag das aber das meistens los. Ja. Phönix-Federn oder so? Zum Beispiel. 20. Was das jemand letzte Woche erzählt hätte. Nicht im Leben hätt ich das geglaubt. Warum zum Geier? Klatsch den Schamanen mal. Ja, hätt ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass wir so hart reinhauen, aber ich wusste tatsächlich auch nicht, dass die nochmal auf Stufe 7 gehen, diese Dungeons am Wochenende. dass die halt komplett gestörter Abfuck sind. Für die Leute, die richtig Bock haben am Wochenende. Weil es zeigt der Einstieg nach der Woche richtig schön. Da macht das Spaß. Oh. Ja. Okay, okay, okay. Oh, die Phönix-Feder beinahe. Verloren. Das wär traurig gewesen. Und ein schönes Elektrum. Herrlich. Ja. Es gibt das Schöneres. Wunderbar. Ja, sind wir wieder ein bisschen gut hochgekommen, ne? Schick, schick. Machen wir dann schon noch 10 Mal, da bin ich wieder voll. Da auf uns hinauslaufen. Oh, äh, ja, gut. Ich war in diesem dummen Textmenü und konnte die Sachen nicht wegwerfen. Let's gooo. Lass Oli nicht vorbei. Naja, wenn die Dungeons so krass sind, dann brauchen wir ja auf jeden Fall nochmal einen Abend. Ich hatte fast vermutet, dass wir das heute durchbekommen, aber ich dachte, es gibt mehrere Vierer-Dungeons und nicht so viele Sechser-Dungeons. Oh, die wollten halt noch ein bisschen Competition schaffen. Ja, was ja auch auf der einen Seite gut ist, ne? Wir haben uns ja immer so ein bisschen Challenge gewünscht, jetzt haben wir die Challenge. Das haben wir fast zu viel Challenge. Ja, man muss halt sagen, das Gameplay gibt es halt einfach nicht so richtig her, dass man eine faire Challenge macht. Ja, ja. Das ist entweder fast zu leicht oder dann eigentlich wieder zu schwer, ne? Ist schon so. Ich mein, du hast halt beschränkt viele Möglichkeiten, ja. Ich mein, du hast halt einfach Zeit, die es braucht, Sachen zu casten. Und das limitiert dich schon im Großteil und dann halt dieses gnämliche Stun-Locke. Ja. Ja. Aber die Sache war halt eben, dass man den Geistern war übertrieben. Der Dungeon wäre schwer genug gewesen, wenn die ganzen Dinger lebendig gewesen wären von Anfang an. Da muss man sagen, sind wir doch etwas zu weit gegangen. Naja. Ja, also auch, ich hab auch den Schamanen, Entschuldigung, also. Ja. Sehr übertrieben. Warum haben sie hier die Spinnennetze gelassen? Weil das ist echt notwendig. Oh, Achtung, Meteor. Okay. Macht halt. Ich hab gedacht, wir kriegen es schnell genug durch. Ey, sorry. Wir kommen echt schnell, der Meteor, ich konnte den träg. Oh, nein. Als ob ich jetzt in diesem Zauber mit drin bin. Hä, was kann man denn mit zweimal, mit einmal Brieger und zweimal Feuer machen? Gar nichts, aber das Spiel ist dumm. Ja. Also glaub ich zumindest. Na toll. Mehr für Hönixvedern. Fisch und Fleisch haben wir den Angriff. Ja, okay. Ich glaub Kartoffeln und Möhre erhöhen Verteidigung. Kann das sein. Zuerst runter? Blut mit dieser Brügelfleisch. Behalte Garstickel, Bratkartoffeln. Zuerst runter? Nein. Ich weiß es nicht. Gibt es da irgendwas sehr stimmt oben rechts? Ja, ja, gut. Das Einzige, was uns interessiert. Ist gut. Oh, nicht auf den Aubhauen. Nein, mach ich nicht. Nein. Ich war es nicht. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wusste, dass es passiert. Ich war es aber auch nicht. Dann war es nicht. Die Geister waren Müllnir. Holla, okay. Okay, Trauma. Wer ist würdig? Ich meine, wir haben alles bekommen. Müllnir, ne? Liegt halt mal so eine Königsaffäre rum. Oh, ja. Der ist halt mal wieder abgestürzt. Was kommt jetzt? Narsil? Slywalk hat Glaserschwert. Ex-Kalibur fehlt noch. Ex-Kalibur, genau. Kommt, spielt auch noch. Ash-Springer aus B.O.W.? Hehehehe. Doomhammer! Hehehehe. For you. Doomhammer. Hehehehe. Wie macht der Doomhammer? Hehehehe. He, nicht der Doomhammer. Ich bin nicht zuhause mit meinem komischen Flügel- Dingens. Hop, hop, hop. Hop, hop. Doomhammer macht so vielleicht auch keine Ahnung. Ich kenn den Typen nicht. Ja, tja. Hi. Was wird hier wohl getan? Oh nein, nicht den, okay. Ich dachte schon, dass ihr jetzt Feuer-Heap macht. Oh ja, Heap. Oh. Bam. Den kann ich alleine machen, dafür brauche ich euch nicht. Drei Skelett-Boys sind noch nicht gespawnt. Ey, ich hab sie gespawnt. Nein. Es war zu früh. Ah, es war nicht zu früh. Oho. Juhu. Kirschen, Traum und Apfel erhöhen Zauberkraft. Na, das ist interessant. Ich hab's auch. Vielleicht müsste man da echt so ein bisschen vor ein paar Gegnergruppen dann sich mit dem Zeug buffen. Äh, nicht den Orb. Wo führt der Orb hin? Oh, da müssen wir zuerst die Dings zerstören. Das ist gefährlich. Könnte das Gegner aktivieren. Lass mich vorbei, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Ja, so macht doch der Luft. Oh, nice. Na, aber das ist so schick, dass wir kommen da niemals hin. Ja, könnte man den Orb so ein bisschen nach rechts so irgendwie, hallo? Nö. Das muss, das muss aber reichen. Ich heil dich. Oh Gott, das war so knapp. Ewige Trennung. Oh nein. Das ist schön. Ich opfer mich hier fürs Team und werde dafür werben gelassen. Ey, ich hab dich geheilt. Toll für eine Haarnadel. Toll fürs Team geopfert. Schmeck nicht. Schmeck nicht. Ja, ich hab's nicht. Dann ziehst du dir rein, du rüber. Den richtig widerlichen Stuff. Hi. Au. Klar, Stunlock nicht erst mal. Gott, Herr. Pullen erst mal wieder alle. Gut, hier bin ich voll und ganz okay mit allen Pullen. Sicher? Ja? Ähm, ja. Was macht unser Boy aus Schkeut jetzt eigentlich? Macht der noch Videos? Keine Ahnung. Ich mein, zum Unboxen gibt's doch immer was, oder? Ja, na gut, inzwischen im Umfluss war er ja Cosplayer. Der Yannick hat den sogar live getroffen in Leipzig. Das ist Yannick. Ehm, da war er als Tonic verkleidet. Also nicht gegen Cosplay an sich, lieber, lieber Chad auch. Also, finde ich ein wirklich gutes Hobby. Nee, Cosplay ist gut. Da kann man sicher wahnsinnig viel, äh, Kreativität und Handwerk und allem möglichen Kram, ne, hier, verlöten. Es ist natürlich ein sehr nerdiges Hobby, aber es ist ein schönes Hobby. Also, ich glaub, das macht super viel Spaß, wenn man das drauf hat und daran Spaß hat. Aber, also, ja. Es gibt so ein paar Leute, die sollten das lieber nicht machen. Ja, es gibt halt auch immer einen Unterschied an, theoretisch, an Cosplays, ne. Und nicht jeder kann alles cosplayen. Das ist einfach eine Sache. Du kannst keine gute Peach werden, wenn du 30 Cent mal liegst. Oh, shit. Oh, ja, das war doof, das war ich. Ja, keine Chance. Das ist unten, das ist unten. Boys, das ist unten. Ja, sorry. Toll, ey. Hätten wir mal. Hätten wir mal. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt, ähm. Wenn ich am Anfang von TIDA, ne. War auch genau dasselbe wie jetzt am Anfang von TIDA. Toll, dafür bist du jetzt erst mal gestorben, so. Erst mal will ich's wieder abgezogen kriegen. Gott, wie der halt auch alles wegblockt, ne, der dumme Typ. Ja, ich werd hier aber halt auch rausgeschoben, ne. Immer steht jemand anders davor, dass ich gar nicht in den Kreis komme. Danke. Sehr freundlich. Ich werd hier mit Tozi zusammen den Elefanten da cosplayen, den ich hab geforstet hab in der Gruppe. Tozi, lass uns mit den Elefanten cosplayen. Und zusammen einfach keine Fotos schicken, sondern jeder trefft uns einfach auf der Convention. Und keiner sagt, was er anzieht. Das muss nur elegant sein. Der klopft richtig witzig. Der eine, du checkst einfach und hat einfach ein Lineal an der Nase festgelegt für uns Hund. Wär schon, wär schon nice. Ja, ist ja nicht schwer. Der eine muss nur Lineal an der Nase haben, das andere muss es dann, ne? Ja. Es ist nur nicht spät genug dafür. Bosszeit. Achtung, es ist bei dem auch die ganze Zeit ein Orb. Müssen wir in die Vergangenheit reisen, um ihn da zu töten. Äh, wir haben hier noch einen Skelett-Boy unter uns, ne? Nur so, ich mein, wir nehmen ihn auch gerne mit, aber der war ein bisschen agro drauf. Der war ein bisschen unscheinbar irgendwie. Ja, das war aber natürlich. Let's go. Yes. Ich mein, in den Dungeon hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Die Vergangenheitssache ist cool, aber man hätte ein bisschen mehr Rätsel damit machen können. Was haben wir jetzt hier? Bestellen Sie jetzt veganes Schmalz unter rinderwahnsinn.at. What? Wait. Wieso heißt sein Vekan, das Schmalz, kann man unter rinderwahnsinn.at stellen. Das ist irgendwie abstrakt. Achso, okay. Puh. Zum Abschrecken halt, ne? Jetzt verlinke einen unter www.ausländersandscheiße.de. Spenden Sie jetzt für Flüchtlinge. Äh, Ausländer rausbringen, komm. Moderheim. Heim. Alles so irgendwie lila, rosa, so, ja, so, ne? Naja, eher, ja, vieler. Anders halt. Also, es ist anders. Oh, 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 ey, es ist ein Iceboy. Hätte man damit rechnen können, der ganze Dungeon war ja sehr auf Eis fokussiert, nicht wahr? War die Raufen beim letzten Mal auch schon bei dem Boss? Ich glaube nicht. Oh, ich bin bei einer Tumpe. Oh. Ja, die Stacheln tun weh. Die Stachelnadeln. Aber rauf hieß es und platt. Deiner Hausmann, Stöcker. Deiner Hausmann. Ja, okay, das haben wir. Nein, Geruga. Nein, jetzt werden wir sich bevor wir unterströmmt. Er ist fast schnell genug gekillt. Da war wieder der Executor-Move. Ja, gut, Hausmann ging. Der Dungeon war okay, war cool. Die Musik war cool. Mit dem speziellen, mit der speziellen Sache hätte man ein bisschen mehr anfangen können. Ja, aber trotzdem war es bis jetzt das beste Gimmick in den Dungeons 2. Ja, es ist richtig. Es war tatsächlich mal eine Veränderung im Dungeon. Ja. Das ist schon wahr. Und es war ziemlich cool. Carl Messer. Das Meer. Ich bekomme die ganze Zeit nur noch von irgendwelchen creepy Leuten Briefe. Servus. Kennst du mich noch? Neulich habe ich meine Erspartes in eine Seereise investiert. Das Meer war unendlich weit und blau. Es war fantastisch. Von Carl Messer. Kannst du immer fragen, ob man mit dir als Elefant gehen will. Das Meer ist voll klein. Was ist ja stark. Was sind das für Antworten? Nicht antworten. Da, ich schicke dir einen Fisch mit. Stalkern muss man nicht antworten. Kannst du immer eine Phönixfeder senden? Ja, klar. Ich meine, das ist Carl Messer. Ja, das ist Carl Messer. Das ist schon richtig. Wenn der von der Seereise zurückkam. Vielleicht wäre er ja beinahe draufgegangen dort. Wird zugestellt, Kucko. Cool. Gegner mit Spezialattacken besiegen. Da habe ich ja auch wieder so viel gemacht. Ja, wir haben halt dreimal Gegner mit Spezialattacken besiegen. What the fuck. Ja, Spiel. Es gibt halt nur zwei Kategorien. Ist doof. Oh. Na. Eigentlich sollte ich dir Mölnir lassen, Olli, ne? Ja. Ja. Hattet ihr nicht Mölnir eben gefunden? Oh, Mölnir ist bloß, bloß drei Stärke. Ja, gut, das kannst du haben. Hey, warum ist Drachenjäger denn Magie? What? Oh, ich nehme einen Nobelpanzer. Oh, Edelwaffe. Ich nehme die Edelwaffe. Die Edelrauswaffe. Dragonkiller. Was? Ey. Mölnir. Tor. Möl, Mölnir. Nobelpanzer. Edelschutz. Edel, Nobelpanzer. Klingt schon gut. Oh, pu, 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 pu. Panzer für den Feinherrn, ne? Habi, dabidei. Ich will mir jetzt meine Edelwaffe angucken. Ich will mir meine Waffe angucken. Lass mich gehen, Spiel. Ist eh die Frage. Ich meine, Olli, du meintest, du musst um zwölf gehen, ne? Ja, das ist jetzt Kuli. Passt. Ich meine, wir haben fünf Dungeons heute gemacht, ne? Und davon war einer halt ein Hyper-Dungeon. Ja. Deswegen will ich zufrieden. Wir haben fünf Dungeons gemacht, davon haben vier so lange gedauert wie der fünfte. Wir haben gelacht. Wir haben gelacht. Aber wir haben jetzt halt noch fünf vor uns und die werden noch mal kritischer. Wir haben ja noch fünf vor uns, das wundert mich. Naja, wenn wir zehn vor uns hatten und fünf gemacht haben. Aber noch schon drei. Jetzt hat halt nicht jeder studiert, ne? Also, Entschuldigung. Ja, aber du hast doch die aufgezählt. Das waren doch nur noch fünf, wo du sie aufgezählt hast. Naja, ich hab Tee da halt schon weggelassen. Wir haben jetzt noch Minen. Wir haben noch, äh, Selepation. Wir haben Totenstadt. Wir haben Sumpf. Und Wüste. Ja, okay. Ja, okay. Und dann flüssig nochmal das letzte Level in Nummer schwer. Ja, naja, das gibt's scheinbar nicht. Hey, die Schlachtkanone gibt mir null Stärke mehr. Aber du hast einen Wuchtkick dafür. Der Wuchtkick. Ja, ich weiß nicht, was der Wuchtkick ist. Der klingt vielleicht toll. Aber es ist deprimierend. Photonenball, Junge. Was ist denn das? Ich drück dich. Was drückst du? Ich drück dich. Damit du nicht mehr frustriert bist. Ich drück dich zurück. Gut, dann. Ich drück dich dreimal und zurück. Ich drück dich immer einmal mehr. Ich finde sowas witzig. Entschuldigung. Ach je. Es gibt nichts Besseres, als wenn der Paddy seine Stimme verständigt. Weil ich dann ganz genau weiß, wie er guckt. Ich fahre ich mir das immer vor. Aber im Sozi weiß ich es ja nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Tja. Tja. Hättest du mal besser geguckt. Wißt du mal, wo du wohnst? Da zahlen Leute viel Geld für, weißt du? Interessant. Könnte in eine Richtung Prostitution gehen, nicht wahr? Ich meine, was glaubt ihr, worauf ich mein Studium finanziert habe? Also ich bedanke mich, also. Mit deiner Providenz. Ja, sicher. Also sieben Stuttmanni. Ey, also wenn ihr ein Bild von mir sehen wollt, dann erstmal Kohle her. Jo. Pro Haarsträhne 100 Euro. Doof wär's, wenn du eine Glatze hätte. Auch dann hast du Strähnen. So wie, kleine, kurze. Sonst beschreib dich doch mal, so wie früher. So wie früher? So wie früher, weil's man sich dann irgendwie kennengelernt hat und so ja, beschreib dich mal. Wehe, welche Leute hast du kennengelernt? Die Leute, die sich beschrieben haben. Ich speichere mal und mach hier Schluss, ne? Ihr könnt ja, äh, alleines, äh, kleines Kennenlern-Träschchen dann noch weitermachen. Ich trage einen Elefantenschwanz, wenn wir uns nicht fühlen. Mach ich immer, aber. Ich glaub, du bist dunkelblond. Hm? Vielleicht? Wie gesagt, ich kann das jetzt, ich kann das jetzt halt nicht verraten. Das ist halt... Er verliert dadurch seine Einnahmequelle. Meine ganze Geldquelle halt weg, weißt du. Freunde, der ist dunkelblond. Ich hab's genau, genau, in schwarze getroffen. Bam. Dann glaub ich, dass er größer ist als ich. Oh ja, massiv. Massiv größer. Er ist eindeutig der größere Elefant in der Beziehung. Sag mal Benni, den hab ich auf den Kopf gesprungen. Den Benni hast du auf den Kopf gesprungen. Ach, die Scheiße. Drei Meter, der Kerl. Zwei Meter groß, oder was? Der war gut im Futter. Zwei Meter zwanzig. Ja, okay. Der passt in kein Haus. Zwei Meter zwanzig. Wenn die Stelle meine Wohnung vorwärts nicht so groß wäre wie du, das wäre so herrlich. Der ist ja nicht so 1,85 rum, glaub ich. Ich bin zwei Meter. Du bist zwei Meter? 1,85. Oh, nee, also das ist doch ein bisschen länger her, dass wir uns gesehen haben. Nee, du bist nicht. Ich bin gewachsen. Der kann Olli aber auch nicht besonders klein sein. Ansonsten hätte er sich das behalten. Ich bin zwei Meter, ja. Letztens hat mich ein Abonnent besucht, das heißt letztens, vor ein, zwei Monaten. Also der schaut mich jetzt schon seit fünf Jahren oder so und hat meint so, ja, er wäre so in der Gegend. Aha. Und, ja, wäre schon mal so ein Traum gewesen, weiß nicht, so ein Ende-30-Jähriger. Und da habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann komm rum. Hat er seine Freunde dabei gehabt, war ganz nett. Mhm. Das Erste, was er gesagt hat, hm. Also ich dachte, du wärst größer, Olli. Danke. Ja, das typische Halt. Ja. Oh, viel zu gut. Ja, eben, aber ich, Freunde, ich bin 1,80, das ist mitteleuropäischer Durchschnitt. Es ist nicht klein, oder? Es ist nicht klein, oder? Nee. Ich meine, es sah halt immer witzig aus, wenn wir beide zusammen gestreamt haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin halt ein ziemlicher Sitzriese, deswegen denken viele, ich wäre so 1,90 rum. Ja. Aber ja, 1,80 ist ja jetzt nicht klein. Ich meine, es geht ja immer weiter nach oben, aber trotzdem. Aber gut, ich meine, es ist das Typische. Das hat schon Vorteile, wenn man größer ist. Ja, schon. Nicht immer. Also ja, aber nicht immer. Du kannst immer überall drüber gucken. Die Mädels finden es immer ganz toll. Du musst ja aber immer nach deinen Klamottengrößen gucken, stelle ich mir doof vor. Ja. Oh, Entschuldigung, habe ich direkt getroffen. Ups. Kannst du aber nicht mal kurz in H&M gehen? Stelle es immer mit dem Kopf an, ja. Das ist, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, die normale Größe haben, kann es recht unangenehm sein sein, zu arbeiten. Also sagen wir mal, Arbeitsflächen auf normal Höhe sind recht anstrengend. Das ist so ein großes Problem, was ich jetzt beim Arbeiten auch gemerkt habe. Die meisten Labortischflächen sind nicht unbedingt für mich gemacht. Da ist voll drüber gebeugt, fällt fast rüber. Ich stelle mir gerade so ein Riese vor, wie er auf so einem viel zu kleinen Stuhl sitzt. Und dann dauernd nach einem neuen Stift fragen muss. Und dann dauernd nach einem neuen Stift fragen muss. Alles ruhig, hörst du wieder, Entschuldigung. Ups. Oh, ich habe den Stuhl kaputt gemacht. Entschuldigung. Geil, ey. Ja, aber wie gesagt, allein schon, dass du auf ein Konzert kannst und einfach gar kein Stress hast mit deinem Platz, weil du kannst auch 100 Meter weit wegstehen, du siehst trotzdem den Künstler besser als jeder andere. Das natürlich, klar. Allgemeine Menschenmengen, das ist halt immer sehr angenehm, wenn du ein bisschen drüber gucken kannst. Ja, ist wirklich so. Das ist der Vorteil der Uni, die Hörlseilbänke sind für niemanden bequem. Ja, okay. Auch zu arbeiten, nicht zum Chillen. Also wer nach dem Master keine Rückenprobleme hat, ist gewappnet fürs Leben. Ich glaube, das kann man festhalten. Der ist abgehärtet, ja. Sehr gut. Ja, nächste Woche wird es, glaube ich, ein bisschen knifflig. Mit Weihnachten so zusammen, wenn wir mal an den nächsten Termin denken. Lassen wir das vielleicht liegen bis nach Neujahr? Oder wollen wir was in der... Wir können auch in den Feiertagen schauen. Ja. So 28, 29, 30, so in dem Dreh. Ja, kaum noch. Wir müssen jetzt halt gucken. Das ist halt ein bisschen das Blöde. Neujahr, ganz ehrlich. Ja, also, weiß ja nicht, was ihr so macht, wenn ihr irgendwas gerade nicht ganz erlaubt das machen wollt. Viel Spaß. Ich bin wahrscheinlich mit einer Person am Sekt trinken und eine Wunderkerze anzünden und das war's. Ja, das ist... Also, ich weiß nicht, Neujahr ist für mich so oder so dieses Jahr nicht so. Ja, klar. Ja, ich meine, Neujahr ist für mich grundsätzlich eigentlich... Ich meine, was macht man Neujahr? Lang schlafen und dann ist der Tag hoch. Ja, ich bin halt bei meinen Eltern, deswegen. Das ist doch schön. Ich feiere Silvester mit meinen Eltern und dann Neujahr bin ich halt meistens dann auch noch dort, deswegen... Wir könnten es am Abend machen, wenn wir sagen, Freitag, also Neujahr theoretisch, 18 oder 20 Uhr. Boah, Neujahr würde ich mir nichts vornehmen, sorry, nee. Ach so, okay. Nee, also, wenn es zum Ersten geht, nee. Okay. Nö, da werde ich mich wahrscheinlich hardcore auskatern. Okay, weil das war ja die Frage, weil du gerade eben gesagt hast, ja, Neujahr macht mir nix. Nee, aber nein, für Silvester und normalerweise bin ich da ein, zwei Tage vorher schon am Einkaufen und Kochen und was ist was. Ja, gut, klar. Klar, das fällt natürlich dieses Mal flach. Klar. Stimmt, jetzt muss ich mir noch... Was koche ich denn? Ja, gut, gucken wir mal. Aber wir sagen mal, nächste Woche ist... Also, ich werde wahrscheinlich am 26. einen größeren Stream machen. Oh. Ähm, ich weiß halt eben nicht. Also, ich werde es morgen noch mal abklären, aber ich schätze mal, weil ich 24 oder 25 bei meinen Eltern bin. Äh, wir könnten dann theoretisch, also, dass ich halt den Stream mache und wir dann halt ab 18 Uhr oder 20 Uhr oder wann auch immer zusammen einsteigen. Mhm. Könnte man auch planen. Ich kann schwer sagen, wie es bei mir am zweiten Weihnachtsfreitag wird. Ich glaube, es geht, aber ich kann es nicht versichern. Okay. Ich meine... Normalerweise, wenn wir was machen, dann meistens nicht mehr so spät. Also, 20 Uhr. Mhm. Wäre wahrscheinlich drin. Könntest du ja mal abklären. Ja. Könntest du morgen auch nochmal abklären. Wie gesagt, ist jetzt kein Muss. Es ist nur, da weiß ich ziemlich sicher, dass ich da ein Stream mache. Äh, ich meine, 27. Theodisch auch, aber ich weiß ja so, dass du Sonntag nicht so unbedingt... Ja, das ist dann wurscht. Ach so, an dem wär's dann... Ja, ich meine, da bin ich halt... Also, normalerweise Sonntag halt immer wegen der Hin- und Herfahrerei so scheiße. Ja, ja. Aber wenn ich eh bei meinen Eltern bin die ganze Zeit, ist das dann auch egal. Das heißt, dann eventuell 27. Jo, können wir machen. Olli? Ach, du kannst wahrscheinlich noch nicht sagen, oder? Oder ist da... Nein. 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 Ja, Sonntag. Ja, das sollte gehen. Ja? Ich trag's mir an, ne? Sonntags 27. Benny. Stream. Stream. Letzter CC. Stream. Stream und Swansch. Na, schauen wir mal, ob das der Letzte... Wollen wir mal, oder? Ich bin ja noch heilsenskeptisch. Gleich um 10. Lass doch mal zusammen brunchen noch so. Boah, ich kann früher. Als 10. 10 Uhr morgens. Ich weiß nicht. Ach so, ja, nee. Ja, nee. Ich dachte zuerst. Ey, aber dann war ja echt mit Frühstücksei. Ey. Also, wenn... Wenn du einen kennst, der es machen kann, dann bin ja wohl ich das, ne? Ja. So ein Tagl-Extreme. Ja, das stimmt. Zieh mal mir nochmal Axiom Verge durch. Äh, 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 der ist doch kein Mensch, ey, was ist denn los? performt er da in einem Plattformer-Game um 14, 15 Stunden lang und sagt dann noch, nachdem es noch wieder hell wird, ich könnte noch. Aber das hält sich auch wach in einem Plattformer-Game. Ja, ja. Vor allem, ey, ich sag dir, du musst den Kaffee von Oli probieren. Ganz normal. Ich war sogar noch nie aus einem Nespresso-Kaffee. Das ist ganz so eine Clooney-George-Maschine. Keine Ahnung, was das war. Das war einfach ein schöner Tag. Du hast aber auch zwei getrunken. Kann sein. Oder? So, dann hat der Teil zwei? Ja, ich glaube. Ich weiß nicht genau, aber du hast auf jeden Fall zwei getrunken. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wir haben viel gemacht, viel hin und her. Ich weiß auch noch, dass wir ja dann beinahe, die Kameraufnahme Probleme gemacht hat und so. Technisches Support hatten wir auch noch. Diesen Camcorder, den schmeiß ich aber auch weg. Ganz weit. Die Datenübertragung waren irgendwann nicht mehr sauber und zum Glück in der Moment auch keine Kamera. Ja. Nur ein gutes Mic, also man muss ja auch echt sagen, dass das Ding so lange hält, habe ich nicht gedacht. Manchmal muss es gar nicht teuer sein für gute Qualität. Ja. Gut, ich denke, wir packen es dann. Ja. Machen wir es. Gut. Ganz grob, klaren wir einfach mal den 27. ein. Finde ich gut. Ja. Und gucken wir mal, was sich da hin ergibt. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr bei dieser Knüfflinge-Reise wieder dabei wart. Ja. Ja. Immer wieder. Und ja, wenn es mehr Hardtry dann am 27. Genau, wir können uns jetzt ein bisschen ausruhen. und dann klatschen wir da kräftig rein. Schauen wir mal. Wäre schön, wenn wir nächstes Mal das beenden können. Hätten wir ein Projekt mehr. Ich bin gespannt. Ah ja, das wird schon. Wir sind ja krass. Wir können euch ja schon mal ein paar Wönix-Federn fahren. Noch ein bisschen Tee da. Ah je. Na gut, dann macht's gut. Schlaf schön. Macht's gut. Ciao. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr schön. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Sind wir gut vorangekommen heute. Möchtest du noch sehr viel drauf herausfordern? Ich hab's gelesen. Also nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Eventuell. Ich guck mal. Bis zum 23. ist das, ne? Ich muss noch gucken, wie ich nächste Woche plane. Wäre witzig, wenn wir das machen. 23. kommt da raus. Das wird vielleicht Montag oder Dienstag das mal angehen. Ähm. Ich überleg's mir mal. Wie gesagt, ich hab's vorhin, ich hab's vorhin gelesen, dass, ähm, vor dem letzten Stream muss leider ausfallen. Schade. Ähm. Achso, dann wär's ja bloß Montag oder Dienstag. Ja, können wir aber theoretisch machen. Ich hab, ich hab ja jetzt Urlaub, also von dem her, ich hätte Zeit. Das heißt, wir könnten am Montag theoretisch Animal Crossing und dann Smash machen. Äh. Wenn du ihn vorher besiehst, kannst du ihn sofort haben. Ja, ja, genau, genau, genau. Das, das hab ich gelesen, dass wenn du ihn theoretisch dann klatschst, dass du ihn dann sofort haben kannst. Ähm. Wir können am 21. gleich, äh, Smash machen. Also 21. oder 22. Ich guck mal. Dann können wir da halt auch theoretisch ein bisschen Smash weiterspielen. Dann holen wir uns Zephyr off. Und, ähm, äh, holen wir uns Zephyr off und dann können wir da theoretisch gleich ein bisschen Multiplayer machen. Fände ich nicht verkehrt. Fände ich eine witzige Sache. Äh. Können wir uns mal so, ich, ich werd's mir noch überlegen. Ähm. Ich schreib's dann ja eh in den Dings. In den Zeitplan. Dann machen wir's vielleicht so. Weil ich weiß, wie gesagt, eh noch nicht, was wir vor Weihnachten machen. Vielleicht dann Dienstag, Breath of the Wild, Mittwoch, Monster Hunter oder so. Vielleicht mal wieder Monster Hunter World. Ähm. Ich schau mal. Und 24. dann ja wahrscheinlich morgens oder so ein bisschen was. Äh. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich schreib's, ich schreib's morgen im Laufe des Tages mal zusammen. Was soll und wie und wann machen. Klingt aber nicht schlecht. Klingt sicherlich nach einer witzigen Sache. Vor allem eine coole Idee, ne, dass du ihn halt früher freischalten kannst. Wenn du so eine Challenge machst. Klingt ganz witzig. Gut. Dann machen wir Schluss für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und fürs Dabeisein. Wiederschön, dass ein paar Leute da waren. Ähm. Ist noch Zeit für ein bisschen Prime Randomizer, was? Oh Gott, bitte nicht. Hahaha. Der, der, der fuckt mich immer noch groß ab. Da, da brauche ich mehr Konzentration dafür, für den Prime Randomizer. Hahaha. Das Ganze wieder ohne Charge Beam zu machen, äh, durch die Phezenminen. Das, äh, nee, das gebe ich mir heute nicht mehr. Hahaha. Gibt noch einen Wurzelsprung zu üben. Da muss ich mir noch das Video angucken, ähm, was, äh, wie genau das funktionieren soll. Aber, nee, 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 nee. Gucken mal. Noch eine Stunde über euer Vorhaben für die Feiertage quatschen. Kannst du nicht akzeptieren, dass wir heute früher fertig sind. Es gibt da nicht wirklich viel zu quatschen, ne? Ich bin bei meinen Eltern und feiere die Feiertage mit meinen Eltern. Das, äh, war's. Ich noch nicht mit meiner Arbeit parallel fertig bin, ich brauch doch Gesellschaft. Es tut mir leid, Elding, es tut mir leid, aber Gesellschaft kann ich dir im Moment leider nicht mehr bieten. Beziehungsweise, ich könnte, aber ich bin auch heilfroh, dass wir jetzt Schluss machen. Also, ich hätte heute bis um eins gemacht, aber, äh, ja, ich bin, wie gesagt, heilfroh, dass es, äh, dass wir jetzt auch durchsinnen, dass die Woche zu Ende ist und dass ich jetzt Urlaub habe. Die letzte Woche hat nochmal kräftig geknallt. Deswegen, tut mir leid, wann anders Mal da gibt es wieder ein bisschen mehr Gesellschaft. Die nächsten Tage werden die Streams vielleicht wieder ein bisschen länger, wo wir ein bisschen mehr machen können. Gucken wir mal. Ähm, gut, wie gesagt, dann euch eine wunderschöne gute Nacht, schlaft schön, Elding, dir noch gutes Gelingen bei der Arbeit. Ich hoffe, du kommst auch ohne Gesellschaft irgendwie durch. und, äh, ja, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Da gibt es zuerst mal ein bisschen Monster Hunter, dann noch den, eventuell den Rest von Prime Randomizer, wenn alles gut läuft. Gucken wir mal, wie es aussieht. Und, äh, ja, den Rest oder den nächste Woche, den Plan für nächste Woche schreibe ich dann zusammen. Gucke mal, äh, was wir wie und wann machen. Ich überlege mir noch, ähm, wie wir das Ganze angehen. Gesellschaft für mich zu sein, ist nicht deine Aufgabe. Da hatten für in letzter Zeit nur viel zu wenig Menschen diese Aufgabe. Da ist es uns wie ein bisschen Erschätten-Aktionen. Schon ein schöner Lichtblick für mich. Glaube ich dir, glaube ich dir. Klar. Das ist, äh, ist natürlich in der aktuellen Situation umso schwieriger, ne. Deswegen, äh, bin ich da natürlich auch immer gerne da, ne. Ist ja, ist ja auch schön für mich, wenn ich das so für dich sein kann. Aber, nicht auf ewig. Vielleicht musst du dir einen Streamer suchen, der, der ein bisschen länger abends streamt. Äh, je. Äh, danke für den Streamen, auch wenn ich nicht so aktiv im Chat sein konnte zwischendurch. Ja, wir waren ja teilweise auch nicht wirklich aktiv im Chat, ne. Also was Chat-Vorlesen angeht. Ist zu dritt auch immer schwierig. Deswegen, alles gut. Solange du Spaß hattest, ist ja alles gut. Und, ja, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit den nächsten Steams. Also, bis dann. Äh, wenn ich seit Weihnachten mal wieder ein paar Tage durchgeschlafen habe, wird hoffentlich alles wieder besser. So, genau die Hoffnung habe ich auch. Äh, ganz, ganz genau meine Hoffnung. Äh, sehr gut. äh, äh, ae, ja, äh, 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 oye, Vielen Dank.